Herzlich Willkommen bei Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 320. Mein Name ist René, außerdem wer gerade dazwischen gebrüllt hat, ist der Wettkönig Basti. Guter Inter, Forza Inter, jawohl. Ja, der gerade eben etwa 2,3 Millionen Euro gewonnen hat, von daher Geldforderungen bitte direkt an ihn. Außerdem zurückgekehrt aus der Internet-Dioraspora, Dioraspora, Diaspora, danke. Der Herr Dennis, dafür haben wir den Herrn Marvin ins LTE-Wunderland abgeschoben. Gut. So, Kinders, wir müssen reden über dieses, was war das, was wir am Wochenende gespielt haben, war das Fußball? So ein bisschen, oder? So ein bisschen Fußball war das, teilweise. Freitagabend, wir waren die Eröffnungsmannschaft gegen Dortmund an diesem Spieltag und ich würde mal kurz mit der Aufstellung anfangen. Wir haben ja schon so ein bisschen gerätselt, wie das alles so ist, nachdem sich ja Tavata kurz nach unserer Sendung letzter Woche verletzt hat. Ich möchte nochmal dazu sagen, wir hatten da nichts mit zu tun, es war nur ein unglücklicher Zufall. Nicht, dass das hier irgendwie in Zusammenhang gebracht wird. Und da war ja so ein bisschen die Frage, wie spielt er? Und die Entscheidung war, Falett auf links, ein dicker in der Mitte mit Abraham und rechts da Costa, was ja irgendwie schon klar war. Und da tauchten jetzt in meinem Kopf irgendwie zwei Fragen auf, beziehungsweise die zweite habe ich dann auch des Öfteren auf Twitter und so weiter gesehen. Frage eins ist, warum Falett auf links, der jetzt nicht gerade das Geschwindigkeitswunder ist und warum ein Hasebe nur auf der Bank? Wer möchte antworten? Ich kann ja mal auf, wenn nicht in Ordnung. Ja, 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 okay, dann Attacke. Ja, Hasebe, für mich leider auch jemand, der einfach nicht die Geschwindigkeit hat für die Position. Er hatte mir damals, klar, der hat mal auch defensiv ein paar ordentliche Spiele gemacht, auf der rechten Seite ja damals. Aber für so ein Spiel, ich verstehe die Kritik an Falett und ich fand auch, dass er leider Gottes nicht den besten Tag hatte. Ja, aber auch leider Gottes die generelle Innenverteidigung, die Viererkette hat mir so nicht gefallen. Da Costa ist ein bisschen rauszunehmen, der hat sein Niveau abgerufen, aber auch in Abraham hat die Präsenz gefehlt. Für mich jemand, der eigentlich auch darüber kommt, dass er topfit ist, das ist er anscheinend leider noch nicht. Und ein Dicker hat halt einfach Lehrgeld bezahlt. Ja, gut, da musst du halt auch überlegen, wie alt der Bub ist. Ja, jetzt bist du aber natürlich schon wieder bei der Position, wie willst du sonst wechseln, wo willst du hin? Also mit einem Hasebe, für mich das gleiche Problem, Geschwindigkeitsdefizit, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen besseres Stellungsspiel, da gebe ich euch recht. Ich glaube aber, dann hätte ja generell Hasebe auf rechts gespielt oder ich glaube nicht, dass... Mit einer Dreierkette, äh, gespielt. Ja. Hättest halt dann, ähm... Ja, aber da hast du das... Ja, ja. Genau. Aber ich finde, ich persönlich finde, du hättest mit Hasebe zum einen jemanden gehabt, der auf Basis seiner Erfahrung ein bisschen mehr Sicherheit da hinten reinbringt. Auch wenn das vielleicht geschwindigkeitstechnisch nicht lösen kann. Und du hättest auch jemanden gehabt, der mal irgendwie in vernünftig spieleröffnenden Pass bringen kann, weil, ähm, so gut Toro und Fernandes da auf der Doppelsex sind, so ein Spiel zu zerstören und irgendwie den Ball abzulaufen, aber mal so wirklich irgendwie an gefährlicher Spieleröffnung aus der Mitte, war halt nicht. Aber hätte dann Hasebe geholfen? Das weiß ich nicht. Also klar, für diese Libero-Position ist ein bisschen mehr Stabilität, das denke ich schon, aber auf dem Außen hätte er ja auch sein Potenzial da nicht abrufen können. Ja gut, ich finde, wir müssen die Punkte, die ihr jetzt besprochen habt, auch trennen. Also wir haben über Fajek gesprochen, weil das war für mich ein Fehler, den da hinzustellen. Gerade weil er länger nicht mit der Mannschaft trainiert hat, wie bekannt ist und er ist für mich gar kein Außenverteidiger. Dafür fehlt ihm die Technik, die Schnelligkeit. Er ist für mich ein typischer Holz-Innenverteidiger, den du neben einstellen kannst, wenn du eine Spieleröffnung hast. Also das ist so typisch. Das ist wie wenn Subotic neben Hummels spielt. Da deckt die gegnerische Mannschaft auch, geht auf Hummels drauf, weil die wollen, dass Subotic das Spiel eröffnet. So ein Innenverteidiger ist er für mich. Und du hast es bei dem 2-1 gesehen. Ja, Sancho, der kann nicht gegen Spieler wie Sancho ins Laufdauer gehen. Das geht halt nicht. Ja, das fand ich ja generell so das Problem. Das ist mir in den Spielen davor schon aufgefallen. Das System Hütter, was er versucht so ein bisschen zu spielen, ist ja einfach mit sehr, sehr offensiven Außenverteidigern. Das heißt, du hattest ja in dem ersten Spiel schon sehr viel gesehen, dass Willems da einfach viel irgendwie an der Mittlinie ist und dann in das Sprintduell nach hinten gehen muss. Ja, das ist in dem System einfach so bedingt, dass du da auf einmal eine große Lücke hast. Und wenn du eine Mannschaft hast wie Dortmund, die du ja dann irgendwann auf die Flügel zwingst, ist das ja deren primärer Angriffsweg. Und wenn du dann jemanden hast, der irgendwie nur ein Drittel so schnell ist wie der Außenstürmer, dann hast du ein Problem. Aber das hätte man sich vorher denken können. Wäre aber dann nicht Bayreuther die logische Konsequenz gewesen, um da ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzubringen? Wahrscheinlich. Ich kann zu dem Jungen nichts sagen. Ich habe ihn nie wirklich spielen sehen, aber fachkundige Internetpressen auf YouTube haben diesen Spieler gefordert. Ja, so ist es. Und ich ganz ehrlich muss wirklich sagen, ich finde es schwierig, dass er einfach da keine Einsatzzeiten bekommt. Jetzt, wo so viele Leute eigentlich nicht in der Lage sind, irgendwie zu spielen, wäre das doch eine Möglichkeit gewesen, mit der man irgendwie hätte agieren müssen. Finde ich ein bisschen schade. Das ist blöd, dass du auch in solcher Position das nicht machst, denn das ist ein Talent. Ja, und irgendwann muss ein Talent mal durchstarten können, wenn er hier nicht die Chance bekommt. Das, seien wir doch mal ganz ehrlich, gegen Dortmund wäre doch jetzt auch kein Drama gewesen. Dass wir das Spiel nicht gewinnen, davon ist man doch ausgegangen. Und das heißt, du ersetzt ihn doch gar nicht in eine absolute Drucklage. Das hätte er auch verkraftet. Ja. Die Sache ist ja die, du kannst ihn ja auch ein bisschen entlasten, indem du ihm ganz einfache taktische Anweisungen gibst. Also als Außenverteidiger kannst du entweder ein kompliziertes Spiel haben, indem du ein bisschen invers manchmal reingehst, indem du mit deinem Flügelspieler kreuz und blabablub. Du kannst aber auch dem erstmal für die ersten Spiele leichte Aufgaben geben. Zuerst sagen, halt deine Seite dicht, sei schnell, pass auf deinen Mann auf, probiere, wenn es geht, flanken. Das sind ja Basics vom Fußball. Das kannst du schon irgendwie jemanden, wenn Hütter ist ja scheinbar jemanden, jemand, der wirklich den Fokus auf außen legt. Dann wird er ja in der Lage sein, im 19-Jährigen zu sagen, hier Digga, mach heute gar nichts Kompliziertes, spiel einfache Bälle, wenn du nicht weißt, wohin, spiel den Ball zum Innenverteidiger zurück, dann bauen wir über die andere Seite auf. Du kannst das Spiel ein bisschen verlagern immer, du kannst gucken, dass du ihn entlastest, kannst gucken, dass der linke Außenstürmer ihn ein bisschen unterstützt und blablabla. Aber keinen, der nicht Sancho hinterherlaufen kann, das tut mir leid. Und der auch als Innenverteidiger nicht immer der sicherste war. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe aber auch nicht gut, Tavata war jetzt verletzt, aber Tavata ist auch nicht der Spieler, den ich da sehen will. Also für mich sind wirklich Tavata, das ist keiner, auf den ich denke, oh Gott sei Dank ist der wieder da, den hätte ich auch da nicht sehen wollen. Da wurde für mich sowohl als Rechtsverteidiger, auch als auf der Linksverteidigerposition versäumt, wirklich vier starke Spieler zu haben. Für mich ist eigentlich Williams und mit Abstrichen der Costa sind die einzigen beiden, wo ich sage, okay, die will ich da sehen, der Schändler ist jetzt weg. Und da wurde es für mich tatsächlich versäumt, und was der Marvin gesagt hat, wenn ich dann aber auf Bayreuther setze und keinen hole und sage, okay, das ist mein dritter, in Anführungszeichen. Dann muss ich ihn eigentlich auch bringen. Dann müsste ich ihm zumindest, und dann haben wir das gesagt, gegen Dortmund hast du gar nicht so einen großen Druck, ihm vertrauen und ihn einfach da reinschwerfen, weil schlechter als Falet hätte er es auch nicht gemacht. Das stimmt, aber du hast natürlich hier das Problem, dass du mit Endika einen jungen Innenverteidiger drin hast, Abraham, der absolut nicht an seine Leistung rankommt. Und vielleicht war das eine Entscheidung, zumindest, ich sage mal, auch wenn er nicht Bundesliga-tauglich ist, er hat ja zumindest ein bisschen Bundesliga-Erfahrung, der Falet. Vielleicht hat er sich da auch mehr erwartet, vielleicht Trainingsleistung auch dann doch ein bisschen besser gewesen, hat sich vielleicht gut angeboten, da sind wir ja nie dabei. Anders kann ich mir die Erklärung nämlich auch nicht geben, außer dass er im Endeffekt Angst hatte, dieses eh schon fragile Gerüst aus einem richtig jungen Endika, einem nicht fitten Abraham, da Costa mal ausgenommen, dann noch weiter zu belasten durch einen Newbie sozusagen, einen Rookie, der hier im Endeffekt dann auch noch ein bisschen Unsicherheit reinbringt. Ja, aber stattdessen einen langsamen Spieler, der seit Wochen nicht mit der ersten Mannschaft trainiert hat, ist jetzt auch nicht wirklich das Stabilitätskriterium, was ich da jetzt sehe. Ja, aber gut, wollen wir jetzt nicht zu lange da aufhalten. Ihr habt ja andere Punkte angesprochen. Ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, der mir aufgefallen ist, dass das tatsächlich so ist, dass für den Maschinenraum des Spiels auf der 6. Position im Zentralmittelfeld die beiden, egal wer da spielt mittlerweile, da fehlt es tatsächlich am spielerischen Element, was mir irgendwie echt Sorge bereitet. Also das sind für mich meistens reine zwei Hutoros, so ein bisschen, fragt da so ein bisschen raus, aber ansonsten ist das wirklich, wie wir es schon angekündigt haben, das sind vier Spieler für zwei Positionen, wo du weißt, okay, wirklich aus dem Spiel heraus wird da nichts passieren und das wird dann über die Außen passieren. Und einzig, ja, wenn Gacinovic am Ball war, hast du es so ein bisschen gesehen. Die Sache ist halt, wenn das sein System ist von mir aus, problematisch, ich sehe es halt so trotzdem, dass für dieses System einfach die Spieler fehlen und auch die Außenverteidiger nochmal. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es will ja auch nicht alles schlechtreden. Es gab auch wirklich ein paar Ansätze, wo du denkst, okay, das ist ein neues Element im Eintrachtsspiel. Nur bleibt für mich, und wenn ich jetzt meine Bewertung vom Dortmund-Spiel abschließe, außer mit Grüßen auch an Haller, der jetzt schon sein drittes Tor macht, Grüße an alle Kritiker. Dortmund hättest du an dem Tag auf jeden Fall einen Punkt abnehmen können. Ja, stimme ich zu. Stimme ich auch zu. Ist, ist scheiße, ehrlich gesagt, scheiße ärgerlich, weil für mein Dafürhalten, also ich meine, das wird ja auch kontrovers momentan behandelt, aber ich sah die Eintracht jetzt nicht so schlecht am Freitag. Und Dortmund ist eine Mannschaft, mit der kannst du agieren. Und das ist halt, ach, das ist halt wirklich bitter. Ich finde aber auch, der Punkt, der halt auch schon mal genannt wurde, dass offensiv noch nicht ganz so viel geht, ist halt auch da. Da sind viele Leute, Kostic reibt sich extrem auf. Das hat ja positive Ansätze. Ich finde, der macht bei der Eintracht jetzt bislang keine so schlechte Figur. Allaire ist bislang, glaube ich, an fast allen oder allen Toren irgendwie beteiligt gewesen, sei es mit Tor selbst oder mit Zuspiel. Also das zeigt, dass er wieder voll im Saft ist. Aber, und das ist halt auch der Punkt, man muss halt sehen, dass man das noch ein bisschen anders auf die Kette bekommt, weil wir müssen mehr Chancen kreieren. Erklärt mir kurz, warum Fabian für Nikolai Müller gespielt hat. War Müller vorher verletzt oder war Fabian so gut? Was denkt er denn da? Weil eigentlich hätte ich eigentlich lieber Nikolai Müller gesehen. Der hatte mir eigentlich ganz okay gefallen, die Spielzeit, die er bekommen hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war das eher Statement als vollkommen angeboten. Ich bin mir nicht sicher. Also das ist auch eine Sache, die ich nicht 100% nachvollziehen konnte. Ich hätte auch eher Nikolai Müller gebracht, hätte das auch bevorzugt. Vielleicht hat er sich durch Fernschüsse was in Dortmund gehofft. Aber dann musst du es machen. Aber dann musst du es machen. Dafür waren zu wenig Fernschüsse drin. Und dafür fand ich, war er teilweise in den Zweikämpfen und in den Dribblings ein bisschen übermotiviert. Ja, ich finde halt, du musst halt wenigstens dann auch diesen Abschluss suchen. Das ist halt das. Das hast du nicht gemacht. Warum gehst du nicht ran? Warum probierst du es nicht, dass du mal aus guter Position oder dass du auch dich näher an den Straferraum ran spielst und dann mal was probierst? Das ist nicht passiert. Und dann kann natürlich auch wenig für Fabian sich positiv ausspielen. Ich überlegte gerade so, der erste wirkliche Fernschuss, an den ich mich erinnere, war der von Degussmann. Und der war ja dann irgendwie 70. und danach. Ja, hat Fabian nicht auch ein bisschen auf den Außen gespielt? Der ist immer wieder so ein bisschen auf die rechte Außenseite dann gezogen. Und dafür war Gacinovic dann so ein bisschen mehr in der Mitte. der zwar dann eher so taktisch ganz gut verschoben hat, wo mir aber so ein bisschen die Körpersprache gefehlt hat. Ja, die Sache ist, für mich wirkt das so, das ist, das passiert ja im Laufe einer Saison. So früh soll es eigentlich nicht passieren, dass du immer viel mal flicken musst. Wir hatten das ja auch. Das ist mein Lieblingsbeispiel, dass wir immer mit Oczipka und Chandler in den Innenverteidigungen spielen mussten. Blablabla, passiert. Fee hat auch Hasebe ab und zu auf den Rechtsverteidiger. Das passiert. Sperren und Verletzungen gibt es. Für mich ist das aber viel. Wenn du einen Sommer Zeit hattest und diese Trainingsgruppe 2 und blablabla alles mögliche und kannst Spieler verpflichten, hast auch Spieler verpflichtet, die scheinbar gar keine Rolle spielen. Für mich ist das, das sind für mich schon zu viele undichte Stellen in dem Rohr für diesen frühen Zeitpunkt. Da kann ich aber auch gar nicht auf jemanden sauer sein. Und ich bin eigentlich immer noch pro Hütter, weil das halt auch viele Sachen sind wie Sperren bei Williams. Das sind wie politische Gründe wie bei Fabian, wo man nicht genau weiß, wer da eigentlich wollte, dass er wechselt. Das weiß man nicht, wird man wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Aber das ist für mich, und dann hast du, wie gesagt, hast du auch noch Verletze. Das ist trotzdem für mich zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison, das wird ja nicht besser. Es wird ja durch die Doppelbelastung und durch die Spiele, die da jetzt kommen werden, wird es ja nicht viel, 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 viel besser. Sondern das wird ja, die Körner lässt du ja eigentlich später. Deswegen finde ich es ärgerlich, dass wir jetzt schon so viel Sand im Getrieb haben. Dass du nicht das Gefühl hast, geil, gut, wir haben jetzt unglücklich gegen Bremen, unglücklich gegen Dortmund. Das muss man ja auch sagen. Ich glaube, wenn es 1-1 geblieben wäre, würden wir nicht so sitzen. Ist aber nicht. Aber jetzt kommen halt knackige Wochen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns da präsentieren werden. Weil das auch schon echt, würde ich sagen, das wird schon interessant, die Ergebnisse danach zu bewerten. Am Ende ist es auch eh scheißegal. Ja, weil gegen Dortmund hatte ich mir jetzt nicht zwingend Punkte erhofft. Was mich halt dann ärgert, ist, dass wir es halt Dortmund nicht holen konnten. Aber eigentlich viel eher, dass wir gegen Bremen diese beschissene Niederlage einfach waren haben. Ja, das hat mich auch wesentlich mehr geärgert. Das ist doch der Punkt. Ja, natürlich gegen Dortmund, da fährst du hin und machst noch ein ganz akzeptables Spiel. Gehst dann halt ohne Punkte raus, ist halt ärgerlich. Aber ach, diese Bremen-Sache, da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, dass uns das nicht zu sehr im Kopf steckt. Da gibt es viele Faktoren, die jetzt da mit reinspielen. Auch diese schnellen Gegentore, nachdem du eins geschossen hast, da müssen wir echt aufpassen. Weil da ist die Eintracht zu wild. Da muss mehr Kompaktheit dahinter und da muss auch ein bisschen Klarheit wieder im Spiel erkennbar sein, dass du dir nicht nach fünf Minuten wieder ein Gegentor einfängst. Das muss auch Hütter irgendwie in die Mannschaft bekommen. Und man muss ja sagen, diese Mannschaftsleistung, dieser Wille, da jetzt irgendwie sich so ein bisschen Luft zu verschaffen, das war ja gegen Dortmund durchaus da. Ja, auf jeden Fall war nicht auch noch ein knappes Abseits von Jovic gewesen, wo man auch gedacht hat, verdammte Axt, das war, glaube ich, im direkten Gegenzug, oder? Das war das 2-2. Wäre das 2-3 gewesen. Ja, das war geil. Da muss man halt auch dazu sagen, in dem Moment, wo wir das System umgestellt haben und mit zwei Stürmern gespielt haben, war da wesentlich mehr Dynamik drin. Wir haben auf einmal wirklich angefangen, Chancen zu kreieren. Und das war halt dann nachher echt ärgerlich, dass dieses blöde Abseits-Ding da war. Das hätte er sich echt verdient gehabt, da dann wieder als Joker irgendwie zu punkten. Also das würde ich eigentlich auch fordern jetzt. Also bei das 2-2 nehme ich das vermeintliche Grüße an den Black Templar, in dem Moment sind wir beide komplett ausgerasselt, bis wir nach zwei Minuten gemerkt haben, dass es nicht zählt. Ja, also ich würde ehrlich gesagt fordern, wenn das System diese Statik hat mit diesen zwei Sechsern, die sich wirklich nicht so viel am Spielaufbau beteiligen wollen oder können, dass wir wirklich mit zwei Stürmern spielen und zwei offensiven Außen. Weil dann haben die auch nicht diese Abstände. Wenn Haller immer ganz alleine da vorne rum abt, dann ist es einfach so, dass er reibt sich dann auf, er hält dann den Ball und dann ist der Außenstürmer viel zu weit weg. Wenn du zwei Stürmer hast, dann sind die Abstände zwischen Außenstürmer und dem einen Stürmer, der Mittelstürmer, der auf der Seite ist, viel kürzer. Und diesen Zehner, den du dann eigentlich jetzt hast, der ist ja auch eigentlich verloren, weil hinter ihm kommt ja nichts. Also das ist ja eigentlich verschenkt, dieser Raum, weil der gar nicht bespielt wird. Und dann gehen die immer wieder auf Außen. Dann mach es doch gleich so. Dann mach einfach, dass du vorne wirklich diese vier Leute hast, die natürlich auch mal ein bisschen tauschen können, bla bla bla. Aber das würde ich denken, ich würde mit Haller, Jovic, Rebic und Kostic vorne spielen. Und dann kannst du nämlich auch absichern. Und dann kannst du auch einen Bayreuther stellen, weil der dann gar nicht so viel vorne mit rummachen muss, sondern eigentlich nur seine Seite sichern. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das der Plan von hinter ist. Ich hoffe, dass sich diese Personaldecke ja so ein bisschen wieder entspannt, dass er das auch umsetzen kann und weiterhin einigermaßen Ruhe bleibt. Und der dann vielleicht mal, keine Ahnung, gegen Leipzig den Unentschieden holt, dann in Gladbach und wir wieder ein bisschen Ruhe haben, dass er weiter das machen kann. Ich hoffe nur, dass die Störfeuer, die ich sehe, nicht zu groß werden. Und da bin ich skeptischer als noch vor ein paar Wochen. Ja, ist momentan irgendwie ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ja, das ist schwierig. Eine Personalie würde ich gerne noch kurz ansprechen. Ich komme nicht dran vorbei, Kevin Trapp. Ich war so ein bisschen... Ja, ich weiß, du hast da schon genug drüber gesprochen. Nee, eigentlich nicht. Ich war so ein bisschen skeptisch am Anfang, habe immer gedacht, ach komm, es gibt schon einen Grund und es ist ja eigentlich ein guter Spieler und gibt es dem irgendwie ein bisschen Zeit. Aber so richtig 100 Prozent überzeugt war ich nicht. Und es ist jetzt auch in den drei Spielen jetzt nicht irgendwie besser geworden. Basti, Hand aufs Knie. Was ist deine Meinung? Ein paar Männern auf Marvins Knie, das ist leider nicht bei mir. Tut mir auch leid. Ja, also ich muss sagen, ich sehe auf jeden Fall das so, dass es zwei Situationen gab, das 1-0 in Dortmund von Dortmund und das 2-1 von Bremen zu Hause. Das sind Bälle, die muss man nicht halten. Das sind keine Fehler. Aber du erhoffst ja schon, wenn du so einen Baumschalltransfer machst, der angeblich eine Signalwirkung haben soll, dass er vielleicht einen von den beiden wenigstens rausholt. Und diesen Ball von Diallo kann man festhalten, glaube ich. Der war nicht so scharf, der hat auch beide Hände dran gehabt. Er war ja dran. Also den jetzt nach vorne abzuwehren, habe ich nicht verstanden. Ja, genau. Entweder du wickst den nach außen, dass er irgendwie verschwindet oder du fällst den halt wirklich fest. Den kannst du festhalten. Also sorry, der ist Torwart. Und da kommt wirklich vielleicht ins Spiel, dass du ihm vielleicht anmerkst, dass ihm die Spielpraxis fehlt. Was auch verständlich ist, aber es ist halt trotzdem, und das würde ich auch zu den erwähnten Störfeuern zählen, die um Adi Hutter so rumbrennen, wo er zum Teil echt nichts für kann. Ich hoffe nur nicht, dass er, keine Ahnung, dass irgendwann die Schuhe anfangen zu brennen. Marvin. Ja, soll ich da noch was zu sagen? Ja, ich finde, Bastian hat das eigentlich ganz gut gesagt. Also Trapp muss erst mal beweisen, dass er diese Vorschusslaubeeren, die er bekommen hat, auch zurechtbekommen hat. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Das ist ja offensichtlich, auch wenn wir uns die Position angucken, die letzten Ergebnisse. Und er muss mit seiner Präsenz dafür sorgen und auch mit seinem Können, dass er der Eintracht behilflich ist, Punkte zu sammeln. Das hört sich blöd an, auch wenn er hinten steht. Das hat er zuletzt nicht getan. Das wird jetzt wichtig sein. Ja, mit dem Druck, da sprichst du was an. Ich hatte auch schon überlegt, ob vielleicht einfach durch diese Erwartungshaltung, die da aufgebaut worden ist, plus dem Fakt mit der fehlenden Spielpraxis, dass das ein bisschen zu viel ist, auf der anderen Seite als ... Es ist nicht so, das ist nicht so, dass er eine fehlende Spielpraxis, das ist nicht so krass. Der hat relativ häufig immer noch gespielt. Der hat zwar nicht in dieser Genesigkeit gespielt, aber der hat das eine oder andere Spiel gemacht. Der hat auch mal entweder im Pokal oder sonst wo gespielt. Also man muss jetzt auch nicht so tun, als wäre der jetzt irgendwie drei Jahre hinter dem Mond gewesen. Der hat eine gewisse Zeit lang sogar regelmäßig gespielt und dann ein bisschen weniger. Aber trotzdem, das ist ein Spieler, der auf dem höchsten Niveau trainiert hat mit den besten Spielen der Welt. Da hast du keine Performance Group 2 oder sowas. Das ist halt krass. Und dafür muss mehr kommen. Dafür muss eigentlich mehr kommen, ja. Gut. Naja, das ist ganz, ganz schwierig, weil ich finde, die Personale Trapp beschreibt eigentlich die Gesamtsituation gerade so ein bisschen gut. Das ist nichts Dramatisches. Das ist wirklich nichts Dramatisches, aber es fehlt halt der letzte Stern. Und der letzte Funken fehlt. Aber der fehlt halt nicht nur beim Tor. Der fehlt halt überall gerade. Du hast nirgendwo, also du hast so eine komplette Mauer um dich rum und nirgendwo ist sie komplett eingestürzt. Aber überall fallen einzelne Steine raus. So ein bisschen löchrig gerade, ja. Also das ist, du hast halt keinen Bereich, wo du sagst, okay, das ist perfekt. Sondern du hast überall nichts komplett Schlimmes. Aber du hast halt auch in der Gesamtsumme nicht so, dass du sagst, okay, geil, auf diese vier Mauern baue ich jetzt ein Dach, ohne dass was passiert. Also du musst, glaube ich, trotzdem in die vier Mauern, in jede einzelne noch irgendwo einen Stein reinballern, bevor du echt ein schönes Dach draufklatschen kannst. Dennis, glaubt, die Trab-Verpflichtung war auch eigentlich so ein bisschen, denke ich, zumindest für Stabilität in der Defensive gedacht zumindest. Jetzt merkst du gerade durch so einen Fehler wie bei dem 1-0, das war halt einfach ein Anfängerfehler, den Ball nicht irgendwie um Pfosten zu lenken oder nach vorne zu peitschen. Sobald diese Bälle wieder gehalten werden und sobald er mal wirklich einen rausfischt und das Potenzial hat er ja, das wissen wir alle, dann ziehen sich die anderen Spieler auch daran auf. Momentan ist das eher so, wir haben hinten einen Torwart stehen, er hat einen guten Namen, aber er hat noch nicht so wirklich in dieser Saison bewiesen, dass er wirklich auch für einen Endicker, für einen Abraham, vielleicht, dass die sich auch ein bisschen anders orientieren können, vielleicht auch, dass einfach da ein bisschen mehr Vertrauen drin ist. Ich denke, das ist psychologisch in der Mannschaft auch einfach jetzt dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn du siehst, ah, verdammt, mit Renaud wäre es, glaube ich, noch viel schlimmer geworden, weil da waren ja wirklich gravierendere Mängel und ein Trab hat ja schon bewiesen, was er kann. Dementsprechend bin ich da auch beruhigt, sobald da mal ein paar Bälle wieder dabei sind, wo jeder sagt, boah, da hat er aber eine super Leistung oder da hat er super gehalten, dann wird sich das alles auch ein bisschen entspannen. Da würde ich dir einfach provokanterweise ein bisschen überspitzt widersprechen. Wer weiß, ob nicht Renaud die beiden Bälle gehalten hätte. Vielleicht hätte er diesen Freistoß gehalten in der 96-Minute und vielleicht hätte er den Ball... Vielleicht hätte er ganz andere Gurkenbälle reingelassen. Ja klar, meint er, das ist genau so, was ich meine. Also ich würde da beide Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ich sehe das nicht so, dass es unter ihm schlimmer geworden wäre, weil es hätte theoretisch auch besser werden können. Vielleicht hätte er sich eingespielt. Stimmt, stimmt, stimmt. Also vielleicht hätte er den Raschika-Freistoß gehalten. Wer weiß das schon. Also es ist auf jeden Fall so... Ja, sag. Nee, also wie gesagt, das war ja auch bewusst jetzt ein bisschen überspitzt. Das will ich jetzt gar nicht als komplett seriös meinen. Aber ich finde einfach nur, dass man nicht sagen kann, dass es mit Ranufi schlechter geworden wäre. Glaube ich nicht. Was man sagen kann, ist, dass wir es nicht mit Sicherheit sagen können. Guck mal hier, René. Das ist doch ein gutes Wort. Das ist doch ein gutes Wort. Ja, dann greifen wir zur alten, allumfassenden Devise. Mundabputzen weiter geht's. Und weiter geht's sogar schon am Donnerstag. Das ist nach heutiger Zeit Rechnung übermorgen. Und zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wären wir mit dem Spiel quasi auch schon durch. Und zwar dürfen wir am Donnerstag in unserem ersten Europa-League-Spiel antreten gegen Marseille, wie schon das ein oder andere Mal besprochen, in einem leeren Stadion. Und jetzt gab es ja zwei aktuelle Dinge diese Woche, die ich, bevor wir uns über Aufstellung und sonstiges unterhalten, vielleicht einmal kurz irgendwie wir mal angehen sollten. Das eine ist die Thematik, dass es natürlich jetzt kein ganz leeres Stadion ist, sondern es gab wohl ein Restkontingent von 200 Karten, die uns angeboten wurden. Was aber jetzt die Frankfurter Fanszene gemeinschaftlich und konsequent abgelehnt hat in ihrem Statement, wo sie sagen, na, wenn schon, dann nicht irgendwie die einen dürfen und die anderen nicht, dann bleiben wir alle zu Hause, was ich durchaus sehr konsequent finde. Woraufhin die, ich weiß nicht, was ist das, Ortsregierung, was auch immer, ihrerseits jetzt auch ganz konsequent ist und einfach für den kompletten Tag für 24 Stunden ein Aufenthaltsverbot für sämtliche Eintracht-Fans ausgesprochen hat. Ja, also es ist halt ehrlich gesagt schon wieder mega affig. Also erst mal Punkt eins. Punkt eins finde ich gut mit den 200 Karten, weil du hättest, da wäre es wieder so, wen sollen wir bevorteilen, wen sollen wir benachteiligen. Das ist eine beschissene Situation für potenziell 20.000 Eintracht-Fans. Das war ein nettes Entgegenkommen mit den 200 Karten, bringt uns aber nicht weiter. Wir sind nicht Hoffenheim, wir sind auch nicht Wolfsburg, die dann noch 100 davon irgendwie verschenkt hätten an irgendwelche, was weiß ich, an irgendwelche, die Vereinigung der Wolfsburger Clowns oder so oder was weiß ich. Ja, oder hätten sie vielleicht, keine Ahnung, hätten sie echte Wölfe mitgenommen, damit mehr Stimmung gemacht wird oder so, was weiß ich. Aber das war dann gut, aber was ich halt jetzt, von Marseille, Leute, was ist denn los mit euch? Ist doch gar nichts passiert. Warum macht ihr euch denn jetzt so verrückt? Sind denn alle so viel Angst? Frag doch mal Bordeaux nach. Ach, da lief fast relativ wenig aus dem Ruder. Also gut, wenn ich mir die Bilder von Dennis so angucke, was wir da so gemacht haben. Ja, naja, naja. Aber im Großen und Ganzen... Da ist aber wenigstens nur der Dennis und kein... Da ist wenigstens nur der Dennis zu Schaden gekommen. Keine Ahnung. Ja, aber weißt du, aber ich meine, was ist denn los? Frag doch mal Bordeaux nach. Ist doch alles cool und schickig geblieben. Selbst in Bordeaux war das doch alles in Ordnung. Also ich weiß nicht, dass man sich wegen so einer Scheiße jetzt hier verrückt macht und jetzt hier ein generelles Verbot ausspricht von 8 Uhr bis Mitternacht. Leute, Leute, Leute. Und nicht nur irgendwie Stadionbereich, sondern quasi das komplette Stadtgebiet der Gemeinde Marseille aufzuhalten. Total bescheuert. Ja, aber weißt du, Fan von Eintracht Frankfurt zu sein, weißt du was, wenn ich dann als Deutscher da hingehe oder so und mein Baguette bestelle und mir halt jetzt keinen Eintrachtschal umhabe, dann können die doch auch gar nichts sagen. Also ich meine, es ist ja auch eine touristische Umgebung. Nee, da steht ja auch ganz drin, wenn du das bist, du dich als solcher zu erkennen gibst. Autos zeigen. Ja, genau. Aber genau, dann musst du halt die Klappe halten und was weiß ich, keine Ahnung, sprich hessisch, hessisch versteht auch keiner. Eintracht-Fan zu werden, reicht schon, um hier in den Knast zu kommen, ohne dass du irgendwas... Jetzt aber mal ganz im Ernst, das ist jetzt vielleicht lustig, aber das wird in letzter Zeit, wir haben es ja mit Darmstadt auch schon damals mit, man wird als Fußballfan schon wirklich, die wird einfach indirekt, wird dir eine Straftat unterstellt, also beziehungsweise, dass du vorhaltest, eine zu begehen. Wenn du überlegst, dass Regierungen, Bezirksregierungen, Stadtregierungen, dass sie Betretungsverbote für eine Stadt aussprechen... Weil du Anhänger eines Fußballvereins bist. Ja, und das kann es ja nicht... Nein, aber das kann es nicht sein. Also da muss man wirklich, ich will jetzt hier gar keine dümmlichen Vergleiche anbringen, aber das ist, glaube ich, wirklich nicht die verschimmelste Kirsche auf dem Kuchen, Fußballfans. Also wirklich, da gibt es natürlich Probleme, aber die bewegen sich ja im Verhältnis zu anderen Sachen im marginalen Bereich und das finde ich so krass, dass sowas einfach, dass das überhaupt möglich ist. Ich glaube, Darmstadt, da musst du ja dann im Nachhinein auch wirklich irgendwie, da musst du, glaube ich, die Stadt Darmstadt wirklich auch ein paar Zahlungen leisten danach, weil viele Fans dagegen geklagt haben. Ich glaube, dass das juristisch auf sicheren Beinen steht. Ja, eben. Also was soll das? Ja, das ist schwierig, sehr schwierig. Nee, du darfst dich nicht rein. Was ist denn, stell dir mal vor, du hast dein Urlaubgebuch, aus Frankfurter Kennzeichen, hast du einen Eintracht-Aufkleber auf dem Auto. Ja. Ja. aber das Problem ist, aber genau, also wir sprechen es hier richtig an, was du ja schon gesagt hast, wieder eine generelle Vorverurteilung und das ist auch insofern einfach mega problematisch, als dass hier eine Situation gegeben ist oder ja, anwesend ist, die gar nicht gegeben ist. Das Problem ist doch einfach, es gab doch, die Eintracht-Fans sind doch gar nicht diejenigen, die den Mist gebaut haben, warum es diese Stadion- oder Fansperre zum ersten Mal überhaupt gibt. Also die sind doch dafür gar nicht verantwortlich, dass die aber jetzt hier penalisiert werden und dass es jetzt im Endeffekt darum geht, jetzt doch Eintracht-Fans wieder irgendwie mitzubestrafen. Das kann ich nicht nachvollziehen und auch die Art und Weise, wie du das verkaufst und welche Message du sendest, ist maximals problematisch in meinen Augen. Also ich finde, das ist etwas, was man auch einfach nicht so stehen lassen kann. Und das spielt, ich weiß nicht, wer da sich komische Gedanken gemacht hat, aber sowas spielt natürlich eine Argumentation von Koch und Grindel natürlich auch vollkommen in die Hände. Also das, oh ja, guck mal, das sehen aber selbst fremde Städte so, aus Frankreich, die haben ja bestimmt sich normale Gedanken gemacht. Also Leute, ich weiß, dass jetzt eine juristische Prüfung da anzustellen und da Geld rein zu investieren, das wird nicht zielführend sein, aber sich darüber mal Gedanken zu machen, welches Signal hier in die Öffentlichkeit gesendet wird, darüber muss man auf jeden Fall schon mal nachdenken. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Juristen, der da ein bisschen zu viel Zeit hat und sich da mal vertiefend irgendwie mit befassen kann, weil das ist auch für Fans der Eintracht eigentlich, also ohne, dass überhaupt was passiert ist, das ist schon ein starkes Stück. Also beides, es gibt ja diese zwei Ebenen. Also du darfst ja einem A, dass du dich ins Stadion darfst, finde ich eine Frechheit. Also wie du es sagst, was kann ich denn jetzt dafür? Und dann noch diese Steigerung zu sagen, okay, viele Leute wollen dann halt ans Steiger fallen, die dürft jetzt nicht mehr in die ganze Stadt rein. Und das ist ja genau das. Ohne, dass wir was geben, also das ist ja nochmal die doppelte Ebene, das wird schon problematisch, bei Darmstadt war es ja so, dass man, gut, das waren Verfehlungen der Eintracht wenigstens, da kannst du sagen, okay, jetzt ist es komplett fern. Also was haben Frankfurt-Fans mit Leuten aus Marseille zu tun, dass man da sagen kann, okay, ich habe jetzt halt Pech gehabt. Ich finde das einfach, und dann braucht sich aber auch keiner wundern. Das ist ja auch, wie gesagt, in anderen Bereichen so, Grüße an Herrn Maaßen, dass die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben, ganz ehrlich. Weil du dann gar nicht das Gefühl hast, dass hier wirklich Sachen auf Augenhöhe passieren, sondern das sind völlig Absurditäten, wo diejenigen Leute, die es entscheiden, denen eh nichts passiert. Meine Güte, da gibt es irgendeine, der sagt, ja nö, dann spreche ich jetzt hier ein Stadtverbot aus, gefällt mir gut. Dann gibt es irgendwelche Anzug-Johnnies, die sagen, ja finde ich auch gut, die scheiß Fußball-Fans, die randalieren hier, die Dreckschweinen. Aber dann, wenn es vermarktet werden soll, zeigen die bunte Kurven, dann sollen die es doch als Geisterspiel vermarkten. Ich verstehe es nicht, das macht mich wütend, wenn man das alles zusammen mischt, dieses ganze, dieses Funktionärsgehabe von irgendwelchen Verbänden, die dann immer wieder so empört tun, wenn irgendeiner mal eine Fahne klaut und der FC Köln verklagt zwei Fans, die eine Fahne geklaut haben, auf 14.000 Euro, gehen da quasi damit das Risiko, dass der Privatinsolvent ist, aber wollen trotzdem, dass immer das Stadion voll ist, ganz ehrlich Leute, dann müsst ihr wirklich das irgendwann alleine machen, wenn das wirklich so weitergeht. Weil das macht mich wütend, hier ist eine Auslösung, wir rasten alle aus, als der Eintracht in die Gruppe kommt. Ja, und ich kann jeden verstehen, der sich da einen Aluhut aufsetzt und denkt, ja wer weiß, vielleicht hat die UEFA gedacht, ach cool, können wir mal die Eintracht mit bestrafen. Und mir kann auch keiner diesen Aluhut irgendwie malig reden, weil es E-Mails existieren vom Deutschen Sportverband, Deutschen Fußballverband, wo drin steht, ja gegen die Eintracht, da müssen wir einen Hardliner-Kurs führen, nicht nur gegen die Fans, auch gegen die Verantwortlichen. Ja Leute, wo leben wir denn heute? Was ist denn los? Wo leben wir denn, dass man sich sowas ungefragt übrigens, die Eintracht wurde ja nicht zu einer Stellungnahme irgendwie, ja genau, das ist ja kein Dialog, zu sagen, hier Eintracht, das fanden wir nicht gut, erzählt mal. Nee, intern, wichsen sie sich da die E-Mails hin und her, hier die Eintracht, hier Reinhard, du weißt doch, die Eintracht geht mir genauso auf und sagt, wie dir aber, so, wo leben wir denn? Da will ich mir natürlich gar nicht ausmalen, was bei der UEFA ist, dass es dann irgendwelche grinsenden Anzug-Fichsschweine gibt, die sich dann einen ablachen, naaah, da fahren die Eintracht, jetzt kann ich hierher fahren, da haben wir keine schlimmen Bilder. Nee, da werde ich wütend und das macht mich wahnsinnig, umso besser finde ich, dass in dieser Stellungnahme von der Frankfurter Fanszene so ein bisschen, zumindest im zweiten Teil dieser Trotz rauskommt, zu sagen, wisst ihr was, dann akzeptieren wir es halt, wir fressen den Fisch, aber dann fahren wir ja mit 40.000 irgendwo anders hin und lasst uns einfach in Ruhe und sind mit 5.000 Leuten in Zypern und dann machen wir uns trotzdem so einen Spaß. Das finde ich die richtige Einstellung, besser als das, was ich eben gemacht habe. Also zu dem Punkt will ich nochmal ganz kurz was sagen und zwar finde ich, ist es so, dass die Eintracht-Offiziellen halt auch ein echt schwieriges Standing jetzt haben, denn sie haben bei uns, natürlich durch die sportliche Situation ist es ein bisschen schwieriger geworden, ich denke, das kann man so festhalten und bei den Offiziellen des DFB und auch jetzt anscheinend auf UEF-Ebene haben wir auch ein schwieriges Standing. Da muss ich sagen, es ist eine wirklich krasse Aufgabe, was Bobic und Co. da jetzt bewältigen müssen bei all der Kritik, die sie vielleicht auch berechtigterweise aufgrund der Transferpolitik und so weiter einsteigen müssen, aber den Job, den sie jetzt da machen, auch Hellmann, der jetzt auch die Fans der Eintracht in Schutz nimmt, der sagt, Alter, die Fans der Eintracht wollten nach Marseille, um ein schönes Spiel zu sehen, aber nicht um Stress zu machen. So eine Vorurteilung geht an sich auch einfach nicht. Das finde ich gut, dass da gegengehalten wird. Da muss dagegen gehalten werden, wahrscheinlich noch mal in einer ganz anderen Dimension. Auch auf oberster Ebene, auch Grindel, auch Koch müssen dementsprechend noch mal angegriffen werden. Es geht einfach nicht. Wir können uns das nicht gefallen lassen, denn das ist am Ende des Abends geschäftsschädigend. Diese Aussagen sind geschäftsschädigend, weil du denkst, okay, der allgemeine Fußballfan denkt sich, okay, die sind ja wirklich so schlimm. Irgendwas wird schon dran sein. Das sehe ich auch in den sozialen Medien. Das kommt so rüber, dass sie denken, okay, komm, naja, die Eintracht-Fans, das werden schon schlimme Leute sein. Wenn es die Offiziellen sagen, wird was dran sein. Genau, genau, genau. Ja, das wirkt sich auch negativ auch Verkäufe aus und so weiter. Ja, klar. Und da muss man drüber nachdenken. Ihr könnt jetzt auch mal drüber sprechen. Ich habe nur noch 4% Akku, ich muss mich verabschieden. Macht's gut, mein Lieber. Bevor du gehst, dein Tipp gegen Marseille. Mein Tipp gegen Marseille, wir kriegen richtig einen auf den Sack. Nein, Quatsch. Okay. Nein, realistisch ist, dass wir wirklich einen auf den Sack bekommen. Aber ich glaube, Marseille, ich habe keinen Strinkendentipp. Meine Befürchtung ist ein 0 zu 4, meine Hoffnung ist ein 1 zu 1. Lassen wir mal 1 zu 1 zählen heute, okay? Alles klar. Ist gut. Dann dir noch einen schönen Abend und wir diskutieren weiter. Tschö. Danke, ciao. So, da ist er nicht nur im LTE-Wunderland, sondern auch im Akku-Verschwindibus-Land. Gut, ich glaube, dann haben wir sämtliche Rahmenbedingungen da so ein bisschen abgehandelt und dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie spielen wir denn? Und ich glaube, der glückliche Punkt dabei ist, dass Willems ja spielen kann. Der ist ja nur für die Liga gesperrt. Nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass er spielen muss, denn die Problematik, die wir am Anfang angesprochen haben, wird sich ja bis leider übermorgen nicht ändern. Ebenso, ja, denke ich mal, Willems wird Valette ersetzen, denke ich mal, oder? Wie seht ihr das? Also, außen wären für mich relativ klar mit Willems und da Costa. Da Costa, ja. Ist dann natürlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis da Costa dann irgendwann so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Ja, aber gut. Muss er ja jetzt, weil er ist der einzige bewusst so gehalten worden. Ja, ja, ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Wen seht ihr denn in der Mitte? Abraham und Nika. Ja, denke ich auch. Ich denke auch, dass wir wieder mit einer Viererkette spielen, nicht mit einer Dreierkette. Gut, das muss er jetzt auch durchziehen. Also, ich habe auch schon Stimmen gehört und die kann ich auch gleich mal aufgreifen, dass viele Leute wieder die Rückkehr zum 3-5-2 fordern. Ja, aber auch eine Frage, die wir bekommen haben. Das kann man gleich hier ein bisschen aufgreifen, das sehe ich nicht. Also, wenn, dann muss Hütter das Ding jetzt durchziehen, auch wenn es am Anfang hakt, weil jetzt, wie gesagt, die verschiedenen Brände, die ich angesprochen habe, noch da sind, aber dann ziehst du halt durch. Also, du hast ein System, bleib bitte dabei, auch aus Glaubwürdigkeit den Spielern gegenüber, geh keine faulen Kompromisse ein, zumindest nicht, was das System betrifft. Was die Ausrichtung betrifft, von mir aus, hat er ja auch teilweise gesagt, dass er den Fußball, den er damals vielleicht in Salzburg hat spielen lassen, an gewissen Stellen modifizieren musste, weil du halt je nach Spielermaterial immer situativ entscheiden musst, kann ich wirklich 90 Minuten anrennen, habe ich da genau die technische Qualität, habe ich die nicht, bla 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 bla, aber bitte behalte jetzt gerade diese europäischen Spiele, wo du eigentlich wirklich nichts zu verlieren hast, im Armin hat es angesprochen, du fährst nicht dahin und denkst, oh Gott, wenn wir da nicht gewinnen, dann brennt die Hütte, nee, haben wir eigentlich keine Chance, aber dann ziehst du halt durch, weil das können auch Erfahrungen sein für den D-Cup, von dem wir dann vielleicht später profitieren. Dann musst du halt diese Viererkette stellen, mit der du auch planst und dann, zumindest das wirkt auf jeden Fall so, als wäre diese Viererkette so geplant, mit Willem, der Kost da in der Mitte, Abraham und ein Dicker, der jetzt ein bisschen früher als geplant reinkommt, aber man muss ja nicht verkehrt sein, der hat ja bis jetzt seine Sache gut gemacht, für mich eine der positiven Überraschungen gerade, Salcedo wird dann in ein paar Monaten auch wieder dabei sein, dann hast du zumindest da einigermaßen deine Ruhe, wenn sich das einspielt. Und das muss es. Ja, Abraham wird auch jetzt ein bisschen fitter, denke ich, von Zeit zu Zeit, er ist einfach noch nicht bei 100 Prozent, vielleicht haben wir Glück und am Donnerstag sehen wir schon einen fitteren Abraham, dann gefällt er mir auch viel besser, also es ist ja ein super Spieler gewesen, wenn die die letzten... Abraham muss sich vielleicht auch umstellen, dass er jetzt halt wirklich nur noch einen Innenverteidigerpartner hat, das ist vielleicht so. Also es ist vielleicht auch für die, die unter Kovac immer so aus dieser gesicherten Fünfer-Defensive rausgespielt haben, es ist natürlich auch eine Umstellung, dass du eigentlich im Spiel viel mehr Stresssituationen hast vielleicht, aber das traue ich ihm zu, also er ist ja jetzt keiner, der hat ja ziemlich viel, der hat Nationalmannschaft gespielt teilweise, nee, Nationalmannschaft nicht, gell? Nein, aber zumindest internationale Spiele hatte der, glaube ich, mit Basel und da hat er dann auch in Hoffenheim gespielt, wurde auch, also ich sag mal so, er hat zumindest in seiner Fußballsozialisation viele verschiedene Systeme erlebt, als dass er, dass ich ihm das zutraue, da mache ich mir auch keine Sorgen, das ist für mich halt blöd, aber das ist jetzt kein roter Alarmknopf, den ich da drücken würde. Deswegen, Trapp und die Viererkette stellt sich ja eigentlich quasi von selbst auf und dann müssen wir weiter schon. Aber die spannende Frage ist ja, das hast du ja gerade so ein bisschen aufgeworfen, mit der, mit deiner Aussage zum 3-5-2, was wäre denn deine grundlegende, deine grundlegende Formation? Meine grundlegende Formation? Ja. Das wären 4-4-2 mit einer flachen Vier quasi, also Viererkette, zwei Sechser, zwei Außenstürmer, zwei Mittelstürmer. Das wäre das, was ich mit dem Spielermaterial und mit dem Trainer als Erfolgsversprechendes das Modell ansehen würde, so würde ich auch von Marseille spielen. Ja, da muss ich dir aber sagen, würde ich gerne für Fernandes Hasebe sehen. Oder der Guzman, weil Fernandes fand ich auch, der klar, er hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber wir haben ja vorhin so ein bisschen auch angesprochen, gerade dieser eröffnende Pass, Tempo, haben wir natürlich da ein gewisses Defizit wieder, dadurch, dass du aber, ja, ich sag mal, dass er nicht in der Innenverteidigung steht, sondern im Endeffekt ein paar Meter weiter vorne, denke ich, wäre Hasebe da auch jemand. Er hat ja früher auch immer sechs gespielt, also ich würde ihn gerne mal wieder sehen. Ja, das ist der Punkt, wo ich auch so ein bisschen am struggeln bin. Ich hätte da an der Stelle in der Tat Fernandes und Gacinovic gesehen. Okay. Gacinovic auf der sechs. Das wäre mir fast schon ein bisschen zu offensiv. Das war mir klar, dass das jetzt kommt? Meine zwei Sechser wären Toro und der Guzman. Okay. Also es ist quasi wie so ein, kennt ihr diese Spiele, wo du verschiedene, du hast zehn Punkte und musst dir irgendwie auf drei verschiedene Sachen verteilen. Ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Fernandes sehe, dann würde ich bei ihm, ich würde ihm Kampfpunkte zehn geben, spielerisch aber nur zwei und dann rechnest du es quasi so zusammen und ich finde, genau das ist das Problem. Toro und der Guzman geben die meisten Gesamtpunkte, weil wenn du Fernandes stellst und hast dann dadurch zehn Kampfpunkte, müsstest du eigentlich, da würde René's Modell wieder greifen, müsstest du eigentlich Kacinovic da hinstellen, damit er quasi, er verliert bei den Kampfpunkten, hat aber dann dafür die spielerischen Punkte und dann gleichst du das so wieder aus. Ja, okay. Hasebe ist für dich keine Option. Hasebe wäre für mich nur Option statt Toro oder Hasebe könnte auch mit einer von den beiden spielen, dann wird es halt ein bisschen defensiver. Es ist aber für mich so, dass in dem System, was ich jetzt gesagt habe, sehe ich für Hasebe eigentlich keinen Platz mehr, weil er dafür zu langsam ist und nicht mehr, vielleicht auch nicht robust genug. Und da würde ich der Guzman stellen, weil er für mich leichte Vorteile im spielerischen gegenüber den meisten hat. Eigentlich ist er der letzte verbliebene spielerische Sechser, den wir haben, wenn man ehrlich ist. Und dann hast du noch Toro, der auch ein bisschen größer mit reinbringt, der viel Kopfballduell auch gewinnt. Das wäre für mich die ideale Doppelsex mit einer defensiven Ausrichtung. Das heißt, ich erwarte von den beiden nicht, dass sie toten. Hat sich einer von euch in letzter Zeit irgendwie Spiele von Marseille angeguckt? Was ist denn deren Grundformation? Keine Ahnung. Also die spielen, glaube ich, mit 4-3-2-1, wenn mich nicht alles täuscht, lass mich das nochmal nachgucken. Ich habe mir letztens als Vorbereitung tatsächlich ein bisschen Ausstattung angeschaut und da haben wir jetzt wieder die Kurve gekriegt. Die Frage ist ja so ein bisschen, willst du über die Mitte aufbauen oder willst du einfach in der Mitte quasi deren System irgendwie blocken? Und das ist ja dann die Frage, mit welchem Grundsystem die da dann in der Tat unterwegs sind. Ich bin für zerstören. Also mir wäre es die Aufstellung von denen, also die Aufstellung, die beim Kicker zumindest angezeigt worden ist, wie ich gesagt habe, 4-2-3-1 mit Parier auf der 10, eine Mittelstürmer. Ja, ich würde das nicht unbedingt spiegeln, weil im Endeffekt, was bringen uns Erkenntnisse aus dem Spiel gegen Marseille? Im Endeffekt muss ich einfach probieren, ein bisschen trotzdem ihr Ding durchzuziehen, ihre eigenen Abläufe zu üben. Ja. Und das System, was Marseille hat, ist ja jetzt auch kein unfassbar besonderes. Also du hast bei Marseille, das ist ja dieses typische System der letzten 10 Jahre, sag ich mal, dass du mit 2, 6, dann 3 offensiven Mittelfeldspieler in einem Stürmer spielst. Ja. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, da muss man reagieren, weil die haben irgendwie keine Ahnung. Das würde ich jetzt eigentlich bei der Betrachtung außen vor lassen. Aber ist das nicht genau die Aufstellung, mit der wir gegen Dortmund gespielt hatten? 4-2-3-1, ja, oder? Ja, genau, mancher. Das ist ja jetzt, wie gesagt, nichts anderes. Ja, ja. Wo ich dann drauf reagieren würde, vielleicht auf einzelne Spiele, hast du schon recht. Ja, aber das Ding ist, vielleicht muss man da auch die verschiedenen Positionen sich differenzieren, aus der man kommt. Also wenn du das Spiel wirklich gewinnen willst, würde ich da mit dir gehen, René. Zu sagen, okay, guck dir die an, versuch denen ihre Stärken zu zerstören, stell dir ein paar Jee einen auf die Füße, guck, dass du mit Rogel den Griff kriegst und stell, keine Ahnung, vielleicht wirklich Fernandes dann sogar gegen Strothmann, und dass er so ein bisschen gegen ihn kämpfen kann. Aber mein Warte, mein Blick auf das Spiel wäre tatsächlich eher ein Spiel, wo wir spieltaktisch gesehen wenn bei Pro Evolution zum Beispiel dein Teamgeist sich erhöht, weil du ein Spiel mehr gemacht hast. Das ist für mich quasi... Also unseren Schuh spielen und egal, was die anderen machen. Unseren Schuh spielen im Sinne von Weiterentwicklung der Automatismen, so würde ich das Spiel ansehen. Unter sehr, sehr hohem Niveau. Also das ist schon ein Sparringskampf gegen einen, der dir eigentlich die Fresse einhaut. Ja. Das heißt, auf was einigen wir uns jetzt für die Mitte? Also ich kann mit De Guzman leben. Garcinovic ist mir tatsächlich für die gegnerische Mannschaft ein bisschen zu offensiv. Okay. Das heißt, De Guzman und Toro. Toro. Das ist so ein... Das ist gut und schlecht zugleich. Ja, das stimmt. Also, dann halten wir fest auf der Doppel-6, De Guzman und Toro. Auf den Außen. Links, rechts. Leider ohne Rebic immer noch, ne? Ja. Dann blieben nur noch Kostic und Müller. Ich würde mit Garcinovic und Kostic spielen. Dann Garcinovic auf rechts. Okay, ist in Ordnung. Ist egal. Ja, Garcinovic, ne, ne, Quatsch. Ich würde Kostic auf rechts. Kostic ist rechts und Garcinovic links. Beide mit ihren Füßen nach innen ziehen. Also, dass die quasi mehr nach innen... Im Endeffekt würde ich den beiden... Ich würde den allen vier vorne sagen, ja, eigentlich könnt ihr von mir aus könnt ihr spielen, wo ihr wollt. Außer, wenn wir ihn nicht im Ball besitzen. Dann muss die Grundordnung da sein. Vielleicht sogar, dass Jovic sich auf die Zehen fallen lässt, um jetzt ohne vorzugreifen. Dass du gegen den Ball eigentlich drei offensiven Mittelfeldspieler hast, die die Leute anlaufen. Aber dann, wenn du den Ball hast, würde ich den vier vorne sagen, ey, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Die Mittelstürmer können tauschen. Von mir aus können die Außenstürmer ihre Seiten tauschen. Kostic kann auch mal mit Jovic tauschen. Das wäre mir egal. Da sind wir ja schon bei den anderen beiden. Also Haller und Jovic vorne drin. Ja, das ist definitiv klar. Das finde ich. Also, das fände ich an. Also, Fabian würde rauskulern. Fabian würde für mich rauskulern und wäre für mich wirklich auch so eine René-Version von der Doppel-Sechs eigentlich. Also, den würde ich vielleicht tatsächlich, wenn wir mal zu Hause gegen Nürnberg spielen, neben Fernandes auf der Sechs vielleicht sehen dann. Dass er dann von da aus immer so ein bisschen nach vorne gehen kann. Dass er von da in die Zentrale geht, Fernandes sichert ihn ab, die Außenverteidiger sichern ihn mit ein bisschen ab. Dann hast du immer noch fünf Leute vor dem Ball. Das ist halt aber zweikampfstark, ja, auch nicht wirklich, ne, Fabian. Das meine ich ja. Deswegen habe ich gesagt, zu Hause gegen Nürnberg vielleicht. Zu Hause gegen Nürnberg vielleicht. Also wäre jetzt für das Spiel, in der Tat für mich, auch keine Option. Da gehe ich ihn eigentlich auch nur, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wenn man Fabian behalten hat, weil man ihn nicht losgeworden ist, weil er selber vielleicht nicht gehen wollte, da geht die Kommunikation auseinander, dann ist das für mich nur die einzige Möglichkeit. Ich vergleiche es mal mit Dortmund früher, als die mit Bender und Sahin auf der Sechs gespielt haben. Da hast du Bender, das ist ein reiner Klopper, der alles irgendwie absichert, der wahrscheinlich so ein Unsung Hero ist, weil man seine Meta, die er macht, nicht immer sieht im Spiel, weil der Ball nicht dabei ist. Und Sahin kann halt ein bisschen vorne mitkicken. Das wäre für mich die einzige Variante, aber das kannst du auch nur machen, wenn du eine große Sicherheit hast, weil das wie gesagt kommt. Auf jeden Fall. Das ist schon auf jeden Fall auf, eigentlich auf mehr Ballbesitz ausgerichtet als der Gegner und das wird die Eintracht vielleicht nicht so oft haben. Ja, das stimmt. Das Letzte, den ich jetzt noch, Nikolai Müller wäre ja dann auch nicht dabei, weil wir gesagt haben, Kostic und Kasinovic, ne? Ist korrekt. Kann ich aber durchaus mit leben, sowohl mit der einen als auch mit der anderen Variante. Ja, und dann bleibt nur noch die goldene Frage, was tippen wir denn? Der Herr Marvin hat ja schon gesagt, er sagt ein 1-1. Basti, du bleibst bei deinem Tipp? Was denn? 0-0. Hat ich da geschrieben? 0-0, ja. Das ist mein Hoffnungstipp. Das ist mein Hoffnungstipp. Ich bin mal mutig und sage, das ist ein 1-2. Gut, dann schließe ich mich da an, aber mit einem 1-0 in irgendeinem Gaukeltor endlich mal ein schöner Standard, den wir reingurken oder so. Standard, weil Standards ja auch gerade so ein bisschen unsere Stärke sind, sowohl in der Offenliebe als auch in der Defensive. Es wird Zeit, da wieder den Hebel umzureißen und wenn aus dem Spiel raus nichts geht. Also ich bin mit Basti ist 0-0 zufrieden, aber vielleicht gucken wir doch noch irgendwas an. Ja, großartig. Ich weiß schon, warum wir dir in den letzten Wochen das Internet abgedreht haben. Hervorragend. Ja, dann müssen wir zumindest mal, weil wir vorher keine andere Sendung mehr hinkriegen, mal noch einen kurzen Mini-Ausblick vielleicht auf den Sonntag werfen. Wir spielen dann am Sonntag gegen Leipzig um 18 Uhr. ist der nächste Traumgegner in diesem Konstrukt. Ich glaube, über Aufstellung brauchen wir da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel zu sprechen. Ich glaube, wir spielen zu Hause. Das ist zumindest schon mal so ein bisschen ein Vorteil und Leipzig war jetzt bislang in der Saison auch noch nicht so mega erfolgreich. Hatten jetzt am dritten Spieltag auch erst ihren ersten Saisonsieg und haben dabei aber auch gleichzeitig zwei Tore von Hannover kassiert, die aber auch gerade irgendwie dann doch Fußballspielen für sich entdeckt haben. Also ist, glaube ich, auch noch alles sehr schwierig zu bewerten. Gibt es irgendwas, wo wir da auf jeden Fall drüber sprechen sollten? Das in Bezug auf Leipzig? Ja, also das Spiel. Ja, das wird auch ein unangenehmer Gegner. Ich hoffe, dass es einen ähnlichen Spirit gibt wie bei dem Montagsspiel. Aber um diesen Spirit zu machen, haben wir, glaube ich, nicht die richtigen Brandmeister dabei. Da denke ich jetzt, wenn ich an dieses Spiel denke, denke ich an den Prinz, ehrlich gesagt. Ja. Ja, stimmt. Das ist so ein Spiel, wo man gemerkt hat, was der Prinz für eine Aura hat. Und das hat sich irgendwie durch diesen Protest und alles hat sich irgendwie summiert und zu einer geilen Stimmung irgendwie hochgekocht, die dann dazu geführt hat, dass wir die wirklich besiegt haben, obwohl die gar nicht so schlecht waren. Die haben auch noch ein bisschen Sand im Getriebe. Die haben irgendwie so ein bisschen, glaube ich, sind die auf der Suche nach ihrer Intensität, weil die, ja, weil die, glaube ich, nicht wissen, wie sie spielen wollen. Also Rangnick, eigentlich hat Rangnick ja Hasenhüttl irgendwie gefeuert, in Anführungszeichen, oder rausgelobt, weil Hasenhüttl kein Mittel für Ballbesitz gefunden hat. Und jetzt findet er es selber nicht und gibt lieber den Ball ab. Das hast du gegen Hannover gesehen, als Hannover echt mehr den Ball hatte plötzlich und die sich wunderten, was sollen wir jetzt machen. Vielleicht habe ich da noch ein bisschen Hoffnung, dass die noch nicht eingespielt sind. Aber wenn ich dann an Timo Werner denke, dann wird mir doppelt schlecht. Aber wenn ich an Timo Werner denke, wird mir sowieso schlecht. Aber wenn ich dann überlege, was der mit unseren Außenverteidigern anstellen könnte, das wird brenzlig. Also die haben schon in der Offensive, sind die schon okay. Das muss, dieses Spiel muss wirklich, das muss so ein Power-Spiel werden. Meint ihr nicht auch, dass so ein bisschen die Moral und der Auftritt in Marseille dann auch vielleicht so ein bisschen bis Sonntag mitgeritten werden kann? Ich weiß nicht, inwieweit natürlich jetzt, es kommt darauf an, wie wir auch uns in Marseille verkaufen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt natürlich dann irgendwie sehr spekulativ. Aber ja, ich meine, wenn du da irgendwie Schwung mitnimmst mit einer geilen Mannschaftsleistung, da vielleicht den wirklichen Punkt oder sogar drei Punkte abbringst, dann ist die Motivation natürlich da. Dann kommt wiederum auf der anderen Seite die Frage hinzu. Weil die Fans ja auch komplett ausrasten werden. Ja, das ist der Punkt, wo ich gerade so extrem am Schwanken bin. Auf der einen Seite sage ich von wegen, Sonntag, 18 Uhr, das ist halt auch wieder schwierig, je nachdem von wo du als Fan dann irgendwie kommst, bist du dann irgendwie erst mitten in der Nacht zu Hause und so weiter. Auf der anderen Seite sage ich, die können donnerstags nicht nach Marseille. Die sind alle irgendwie hypermotiviert und so energiegeladen und wollen diese Mannschaft irgendwie krampfhaft zu einem Sieg brüllen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch die totale Eskalation gibt im Stadion und dass das mega, mega, mega laut wird. Also das ist, da bin ich gerade noch so ein bisschen am... Das ist meine Hoffnung auch, ja. Ja, das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Ja. Weil die Eintracht wird jetzt plötzlich nicht auf der Klassenfahrt nach Marseille irgend so eine Goldtruhe finden, wo eine taktische Eingespieltheit drin ist. Nee, das nicht. Also es geht in der Tat wirklich nur über den Willen, über die Mannschaftsleistung und über die Stimmung. Und wie gesagt, bei Stimmung bin ich so ein bisschen, weil es halt der Faktor mit, wir können nicht nach Europa plus Lieblingsfeindgegner Leipzig, die wir im letzten Jahr an diesem Montagsspiel dann so schön da irgendwie aus diesem Stadion gebrüllt haben. Könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es da halt auch so eine Fan-Explosion quasi gibt. Im positiven Sinne. Da baue ich auch drauf. Eintracht Postgas ruft auf. Schreien am Sonntag. Ja. Schreien, genau. Also das wäre natürlich so ein Boost plus den Fakt, dass du vielleicht irgendwie ein ordentliches Spiel gegen Marseille hingelegt hast, was wie gesagt einfach auch sehr spekulativ ist. Könnte das natürlich auch so eine Entzündung da geben, die einfach dann dafür sorgt, dass da ganz viel passiert. Aber es ist halt echt schwierig. Und wir klopfen auf Holz, es darf sich halt auch am Donnerstag keiner jetzt irgendwie den Nagel einreißen. Und das ist tatsächlich Gedankenübertragung. Wir kennen uns jetzt schon lange genug, Leute. Viel Liebe für dich, René. Ich habe genau das gleiche eben gedacht. Ich habe gedacht, du hast dieses Ding, du fährst dann nach Marseille und wir hoffen, dass du spielerisch weiter, du darfst halt jetzt wirklich, weil das ist wirklich jetzt mittlerweile so früh schon auf Kante genäht und wir sind trotzdem nicht davor gefeiert, das kann noch schlimmer werden. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, Basti, du warst ja im Stadion und wir haben ja schon gehört, totale Eskalation und alles. Ich habe ja das Spiel gegen Dortmund auf Eurosport geguckt. Anscheinend war ich der Einzige, der übrigens kein Problem mit dem Eurosportplayer an dem Tag hatte, warum auch immer. Nein, ich habe tatsächlich auch geschaut bei Eurosportplayern. Hervorragend, da waren wir immer schon zu zweit. Zu zweit. Und jedes Mal, wenn der Kommentator sagte von wegen, oh faul, der liegt am Boden, er winkt, das sieht nach dem Wechsel aus, immer so dieses Herzstillstand, Herzstillstand, nicht atmen, nicht hingucken, zusammenzucken, ja, dann gab es diese eine Szene, wo Da Costa sich da irgendwie an und sagt, ja super, der Nächste, der stirbt. Das genau, also bei Da Costa habe ich gedacht, okay, jetzt ist hier gleich, jetzt kommt hier gleich, wie heißen die, Paola und Dings da rein, die früher, verstehen Sie, Spaß moderiert haben. Und ich habe gedacht, ja Leute, das war alles ein Scherz, die Saison fängt erst später an. Ja, und das ist so der große Punkt. Das wäre es gewesen, wenn alle vier Außenverteidiger draußen gewesen wären, dann hätte ich auch genau. Ja. Alles klar Leute, Grüße. Ja, ja, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dann denke, in dem Moment, wo du jetzt einfach auch über Mannschaftsleistung und Kampf da irgendwie kommen musst, um das da irgendwie gerade zu biegen, dann ist natürlich auch dieses Risiko, dass da einer jetzt irgendwie nochmal einen vor das Bein kriegt und sich irgendwie verletzt, ist natürlich dann auch nochmal irgendwie doppelt. Und das ist so ein bisschen, das lässt mich jedes Mal da fürchterlich zusammenzocken. Ja, das ist halt. Der Vorteil ist halt, dass Leipzig eher nicht so hart spielt. Da ist zumindest meine Hoffnung. Ja gut, aber du weißt auch nicht, das ist ein ähnliches Phänomen wie mit Wilhelms, der ist irgendwie schlecht drauf, du trittst dem dreimal irgendwie quer auf den Fuß und dann kommt der mit so einem blöden, übermotivierten Einsteigen und dann hast du den Salat. Hast du recht, ja. Über Äußerungen zu roten Karten und Fouls kommen wir später noch in einer anderen Rumpel. Ja, also von daher, ich glaube, das könnte noch so ein Ding Die Hoffnung stirbt zuletzt sein. Schauen wir mal. Genau. Gut, Aufstellung, wie gesagt, brauchen wir glaube ich nicht zu machen, aber wir können zumindest schon mal kurz so ein bisschen in die Tipprichtung einsteigen, weil da haben wir ja, können wir ja schon mal was abgeben. Basti sagt wieder unentschieden, diesmal ein 1-1, du bleibst dabei. Ja. Das würde ich sogar mit einem lächelnden Smiley versehen. Das würde es mit einem lächelnden Smiley versehen. Ach, ich bin heute motiviert und sage 2-0. Okay, und ich gehe mit meinem Tipp von vorhin 1-0, Freistoß. Bis dahin haben wir es wirklich gelernt. Du bist echt. Alleine dafür könnte man die Gußmann auch wirklich in die Startelf stellen. Ja. Stimmt, stimmt. Viel Standardsituation, da ist sonst keiner dabei. Ja, ja, das stimmt. Ja, das könnte durchaus noch so ein Ding sein, die Zusammenfassung, die ich mir angeguckt habe, da war jetzt hier Torhüter, Leipzig, Name einfügen, auch nicht so mega stabil, ich glaube, der hat ja nicht auch gegen Hannover auch so einen Gurkenschuss. Nee, der hat schon gut gehalten. Gulaschi hat die ein oder andere Mal gerettet, wie man so schön sagt. Ich glaube, das wäre in der Tat noch so ein Ding. Schauen wir mal. Gut, wir hatten es gerade eben schon angeteasert, wir müssen über Äußerungen von Menschen sprechen und das heißt zwangsläufig folgenden Jingle. Danke, danke, danke sehr. Rumaniger, Rumaniger, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und dann müssen wir natürlich als erstes jetzt auflösen, wer da letzte Woche gewonnen hat und ich sehe jetzt zum ersten Mal die Ergebnisse und es ist oi 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 oi. Also das ist, ich meine, das war ja relativ klar, wer da gewinnt, aber mit einer solchen deutlichen Mehrheit. Wir hatten letzte Woche als Nominierte und ihr Marcel Reif, den Michael Schulz und natürlich Grindel und Koch und das Grindel und Koch Gewinn war eigentlich klar, aber ihr dürft jetzt mal raten, mit welchem Prozentsatz? Riesen Überraschung für mich, dass die gewonnen haben. Für mich auch und dann, ja gut, ich muss jetzt aufpassen, dein oi 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 sprich ja dafür, dass das auf jeden Fall ziemlich hoch war. Ja. Das ist in der Tat richtig. Ich würde, ich tippe 93 Prozent. Okay. Da gehe ich auf 94 Prozent. Ja, 92,9 damit ist was die hier abgibt. Guck mal, Herzlichen Glück, du gewinnst einen Mini-Grindel in Plüsch. Den will ich auch haben. Nachdem ich hier mein Herzigen zu Hause zu stehen habe, ja, grüße. Wunde Tatzen, wa? Wunde Tatzen habe ich ja, aber ich habe jetzt Schuhe an. Ja, kriegst du und eine Packung Cornflakes. Hervorragend. Tammt. Nee, Cornflakes. Keines Macks. Ich habe auch nur 93 gesagt, wegen 93. Oh, große Liebe. Ja. So. Aber das ist, glaube ich, das ist ein historisches Ergebnis für diese Liebeskategorie hier, oder? Das ist eindeutig ein historisches Ergebnis. Aber mal gucken, wer diese Woche das Rennen macht. Wir haben echt ein paar Hochkaräter wieder mit dabei. Und es fängt gleich wunderbar an. Und zwar haben wir eine Nominierung geschickt bekommen von unserem Hörer Tobias. Und er nominiert, halten wir uns fest, Kalle Rummenigge, der mal wieder mehr Konkurrenz für die Liga fordert. Hat er nicht auch gefordert, dass seine Spieler geschützt werden, weil dann das Gejammer groß wäre, wenn die Nationalspiele dann... Langsam. Wir haben doch noch neun weitere auf der Liste stehen. Ja, aber erstmal sagt er, er möchte mehr Konkurrenz in der Liga haben. Unser wunderbarer Hörer hat auch mal aufgelistet, wo die Bayern in letzter Zeit immer so großzügig auf Einkaufstour gegangen sind. Und erstaunlicherweise, waren da viele Einkäufe in den letzten, ich glaube, er hat die letzten 20 Jahre aufgelistet, in der Tat von deutschen Vereinen drin, von denen ja jetzt Konkurrenz gefordert wird, aber wenig Einkäufe so von internationaler Konkurrenz ist halt schon irgendwie überraschend, nicht? Oder auch nicht? Riesen überraschend. Ja, also ich weiß nicht, wenn der FC Bayern sowas sagt, dann wirkt das immer auf mich so, als wenn Amazon zu irgendwelchen kleinen Buchhandlungen gehen würde und sagen würde, hey Leute, was ist denn mit euch los? Wir wollen jetzt mal ein bisschen Konkurrenz haben. Also das ist so. Ja. Und dann würde ich zudem Amazon-Bezos-Typ sagen, ja Digga, dann müssen wir uns was ausdenken, wann das geht. Also wie soll das gehen? Soll die FC Bayern die Spieler uns das Geld verschenken? Willkommen im Kapitalismus herum, eine Grüße. Es ist mir so schön, dass gesagt wird, ihr müsst dann was besser machen. Das ist ja eigentlich... Was denn? Was soll ich denn besser machen, wenn die dreimal so viel Geld haben, wie ich auch? Auch wenn dann immer alle sagen, es sagen ja auch immer alle, ja deshalb würde ich sie da mal sehr abholen. Ja, toll. Ändert nichts. Was soll ich jetzt sagen, wenn ich eine Bäckerei habe und plötzlich machen um mich rum allzu große Dinge auf, die es viel billiger verkaufen? Ja, Leute, ja gut, das habt ihr vielleicht teuer gemacht. Ich habe nicht das Kapital gehabt und dann ist es halt so. Und dann denkst du dir, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt mit euch konkurrieren? Also das ist ja wirklich, da muss man sich halt was ausdenken, aber ich wüsste jetzt nicht was. Ja, ist schwierig. Ist halt einfach so, als der Fußball groß geworden ist, war Bayern in der Pro-Position, hat dadurch immer mehr Geld gekriegt, immer mehr Geld, blablabla. Das ist ja, wie gesagt, du kannst es ja nicht rückgängig machen. Ja, das ist richtig. Und wenn es Konkurrenz gibt, wissen wir ja, was die mit der Konkurrenz machen. Wenn es Konkurrenz gibt, die 5-2 im Pokalfinale wegbrettern, dann holen sie die halbe Mannschaft. Also, Hummels, Lewandowski, Götze, also, Leute. Ja. Und es sind ja nicht nur... Ich will mich darüber nicht beschweren, ich finde es nur merkwürdig, wenn er das so anmerkt. Ja, und es sind ja nicht nur Spieler, sondern das ist ja auch Trainer. Das Gleiche kann man da ja auch sehen. So, nächster, äh, in der Liste, und das wird, äh, Basti freuen, äh, ist nominiert worden von Zambrine, von MC, äh, Kempsey und von, äh, 79 unterstrich TH, also Timo, und zwar Rallerangnick, der keine Lust hat, sich ständig für alles und von jedem und vor allen Dingen für politische Dinge vor den Kerren spannen zu lassen. Mhm, irgendwie sagt es mal einer. Vielleicht sollte der mal bei seinem Chef nachfragen, was der für seine politische Gesehung hat. Ja. Das könnte auch ein, ein gewisser Hintergrund sein. Ach, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass der nicht mehr so lange gemacht, im Fußballbereich. Sorry, das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Sorry, das war... Also einfach als Trainer oder generell im Hobby-Fußball aufhört und sich eine Idee kauft. Nee, dass er sich quasi aufreibt dort, weil Leipzig ist ja auch und Red Bull allgemein ist das schon, im Feld, wo du wirklich immer auf Anspannung arbeitest, sowohl die Spieler auf dem Platz als auch die Verantwortlichen. Also das ist ja bei aller Kritik, die arbeiten ja nicht schlecht, das muss man ja sagen. Das ist wie gesagt, das ist alles künstlich, aber man kann denen ja nicht sagen, so wie Wolfsburg zum Beispiel, die verballern das ganze Geld, sondern die setzen das ja schon gut ein. Das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, die da besteht. Nichtsdestotrotz hoffe ich einfach, dass Rangnick irgendwann, dass er sich mal entspannt, dem würde ich so gerne mal irgendwie einen Joint in die Fresse drücken und sagen, Digga, beruhig dich jetzt mal. Es ist alles in Ordnung, brauchst du mir nicht auf deinem Handy zeigen, wie du gefeuert worden bist, sondern chill. Weißt du, es ist ja nicht so, dass er irgendwie, keine Ahnung, dass er sich noch großartig beweisen muss. Er hat ja auch diese Anerkennung, zumindest in England, dass alle denken, okay, der ist ein Fußballfachmann, ist er ja auch. Aber man würde sich ihm irgendwie, irgendwie würdest du ihm wünschen, dass er einfach ein bisschen sich beruhigt, einfach zu denken, ey, ich bin auch souveräner, wenn irgendwelche Aussagen kommen und er haut nicht so Sachen raus, wie das Düse oder Fekte. Ja, also der muss doch aus quasi einer Position, die er sich erarbeitet hat, mit harter Arbeit, so eine kleine wenigstens ein bisschen Selbstzufriedenheit haben, die ihn nicht so unerträglich machen. Sorry. Das, wenn ich an ihn denke schon, ist ein kleiner Zwerg, den will ich gerne weghauen. Das ist einfach, sorry, ich kapier's nicht. Ja. Ja. ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch manchmal wirklich nicht, warum man bestimmten Leuten einfach immer wieder ein Mikrofon oder eine Kamera vor die Nase hält. Gut, das war rblive.de, oder? Ja. Ich verstehe trotzdem auch nicht, ich verstehe die Aussage nicht, weil wenn du dich wirklich nicht positionieren willst, weil du Angst hast, deine Fans aus dem rechten Lager, würde ich es mal nennen, zu verschrecken, dann sag einfach gar nichts. Das ist ja, das machen ja viele auch erfolgreich, Rangling ist ja nicht der Einzige, muss man ja sagen. Es vermeidet ja fast jeder momentan irgendwie ein Statement, weil er Angst hat, was Falsches zu sagen, was man auch wieder nachvollziehen kann, weil die Stimmung ist ja aufgeheizt, das ist, wie gesagt, das kommt ja von allen Seiten. Du kannst ja selbst was Falsches im Richtigen sagen und so ein Kram, da wird ja jetzt plötzlich alles und jede Bemerkung, wenn einer zehn Minuten nicht antwortet, dann muss sich alles wieder ein bisschen entspannen, finde ich, alles, alle, alle Leute, die da irgendwie eine Rolle spielen. Dass sowas einfach nicht mehr so heiß diskutiert wird, sondern dass man wirklich noch ein bisschen sachlich diskutiert und dass es wieder ganz normal ist, dass ein Fußballfeind sagt, ja, wir haben natürlich was gegen Rassismus und fertig, ohne dass das zu einer riesen, tollen Aktion hochgejazzt wird oder irgendwie, dass die Leute Angst davor haben, sondern dass wir müssen ganz normal uns beruhigen und denken, okay, das ist ganz normal oder nicht. Also wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, Rassismus finde ich blöd, dann sagst du ja nicht, Gott sei Dank, du bist der Einzige, der es noch so sieht. Nee, das sollte Konsens sein und fertig. Und da, so. Ich weiß keine Lösung, ich bin immer auf der Suche, die Einzige, die mich momentan irgendwie beschleicht, ist, dass man sich entspannen muss, kann man aber nicht. Nochmal Grüße an den Maßen beziehungsweise doppelte keine Grüße. Doppelte keine Grüße. Doppelte keine Grüße. Genau, ich habe jetzt hier mittlerweile die Reihenfolge der Nominierten ein bisschen umgestellt, weil es jetzt einfach passenderweise passt. Passenderweise passt, ist auch wieder so ein hervorragender Satz. Und zwar, dann haben wir eine von ganz vielen Nominierungen von unserem freundlichen Hörer Superheld, aka Stefan, der uns wieder eine ewig lange E-Mail geschickt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und er nominiert Jörg Dahlmann für seine wunderbare Aussage, während er das Spiel Mainz gegen, ich weiß nicht mehr wen, kommentiert hat, wo er sich beschwert hat oder einen wunderbaren Satz gebracht hat, dass ja mehr Menschen mit kongolesischen Wurzeln als Rheinland-Pfälzer im Team auf dem Platz stehen. Ich weiß nicht, ob man solche Aussagen da jetzt heutzutage wirklich noch irgendwie bringen muss, ist doch vollkommen scheißegal, wo die Leute herkommen. Ja, dazu habe ich etwas differenziert. Ich meine, weil das ging ja, der wurde ja schon durchs Aufgetrieben. Ja. Ich weiß nämlich, ich glaube, Fumms hat das verbreitet. Ja, die haben ja mittlerweile wieder zurückgerudert, also die offizielle. Weil ich glaube, dass so wie das rumging, hat er das glaube ich nicht gesagt, beziehungsweise kann ich mich dazu nicht äußern, weil ich den Originaltext, ich könnte mir nie mal anhören, was Dahlmann sagt, ich könnte mir das nicht anhören, aber auch aus anderen Gründen. Ja, also im Wortlaut sagte er, Robin Kaison, der einen Vater aus Ghana hat, ohnehin ja viele Spieler mit afrikanischen Wurzeln, Mali, Kongo, Kamerun, Nigeria und nochmal Ghana und nochmal Kongo. Mehr Kongolesen bei Mainz 05 mit Wurzeln als Rheinland-Pfälzer im Team. Das ist der offizielle Wortlaut. Genau, das macht es jetzt nicht unbedingt viel, viel besser, aber das macht es auch nicht unbedingt schlimmer und das ist zum Beispiel das, was ich meine. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass man diese Debatte trotzdem ein bisschen Luft aus der Debatte rauslassen muss, dass man sich darüber auch noch so krass aufregt, weil ich würde ihm trotzdem unterstellen, dass das keine, das ist halt, du musst einfach den Leuten es zugestehen, zu sagen, dass du einfach ganz nett zu ihm sagst, hier, das ist vielleicht unpassend oder sagt dann ja, okay, habe ich nicht so gesehen, ich nehme deine Kritik auf. Diese Situation muss wieder entstehen, Leute. Diese Situation muss entstehen, dass man nicht alle spaltet. Dallmann ist der größte Dummschwätzer in Deutschland, der irgendwie beim Fußball hinter ein Mikrofon gelassen wird. Der sagt auch in anderen Bereichen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu haben, auch schwachsinnigste Dinge, dass du das gar nicht aushalten kannst, wenn dein Spiel kommentiert. Aber wenn man sich auch da drauf jetzt so stürzt, wie auf alles Mögliche, dann finden keine Diskussionen mehr statt. Du musst, wenn es Alltagsrassismus gibt, und da würde ich das schon zuordnen. Weil was ist das für eine Aussage? Mit der Aussage kann ich ja gar nicht arbeiten. Was soll das heißen? Also, das ist ja keine, wo du sagst, okay, Gott sei Dank hat er es gesagt, weil die Info ist wichtig. Nee. Aber wenn man das kritisiert... Meinst du ein bisschen untergründiger Rassismus? Ja, das ist aber, ja, aber das ist nicht mal ein bösartiger, glaube ich. Verstehst du, was ich meine? Ja, naiv. Genau naiv ist ein gutes Wort, aber genauso kann man es ihm ja auch vielleicht sagen, anstatt sofort wieder das Empörungsbarometer anzumachen. Das gilt ja gar nicht. Leute, man muss wieder, ohne Dialog und Kommunikation wird es nicht funktionieren. Man kann doch ganz normal, ohne dass man gleich selber ausrastet, ihm schreiben, dass das vielleicht ein blöder Satz war, und er kann ja ganz normal, ohne Druck, vielleicht sagen, okay, Leute, so habe ich es gar nicht gesehen, dass meine Intention war folgende, dass ich beschreiben wollte, dass im Fußball heutzutage, die Spieler nicht mehr aus der Stadt kommen, wo sie spielen, sondern dass es sehr international ist, das finde ich aber gar nicht schlimm, bla 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 bla. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber zumindest sollte man ihm die Chance haben. Wenn man aber gleich wieder diesen Empörungsmarathon losrennt, dann wird es auch irgendwann anstrengend, weil dann hältst du dich wirklich damit auf. Und Jörg Dahlemann, das war vielleicht nicht die cleverste Aussage, aber er ist trotzdem wahrscheinlich in diesem ganzen Sumpf wirklich das kleinste Problem. Also da muss man auch so ein bisschen relativieren, finde ich, was ihn nicht verteidigen soll, aber ich will einfach nur denken, Leute, ihr regt euch vielleicht manchmal über die richtigen Sachen auf, gewichtet aber die Intensität nicht, dann kriegt ihr irgendwann einen Herzinfarkt. Wenn ich zu Rang nichts sage, beruhigt euch, sage ich es auch zu den Leuten. Grüße. Es ist ein sehr wichtiger und valider Punkt. Ich glaube, man kann die Aussage zu Recht hier in der Kategorie mit anführen, aber man muss deswegen nicht gleich irgendwie an der Menschheit zweifeln. So ist das. Andere Leute zweifeln dafür an der Menschheit, nämlich ein gewisser Herr, Niko Kovac, der natürlich mit einem wunderbaren, sich wunderbar an diesen Bayern-Kosmos eingepasst hat und gleich erstmal mit einem großartigen Mimimi zu den Fouls an den Bayern-Spielern umherrennt. Das ist auch geil. Und ich mache jetzt von Niko Kovac letztes Jahr 72 gelbe Karten. Ja, genau. Wir machen die Reihe mal durch, weil die nächsten zwei gehören auch noch dazu. Dann haben wir Kalle Rummenicke, zweite Nominierung diese Woche, der den DFB und die Schildrichter auffordert, die harte Gangart gegen die Bayern-Spieler zu verhindern. Nach dem Motto, wir sind immer die Bösen. Und dann haben wir noch eine, ich habe mir gar nicht gesagt, wer nominiert hat. Die Nominierung von Niko Kovac war wieder Stefan, aka Ed Superheld und die Nominierung für Kalle Rummenicke kommt von Ed Bohnen, äh Bohnsen VD, Entschuldigung. Und dann haben wir den dritten in der Reihe, die höhere Nominierung von Lukas, der uns auch eine lange Nachricht geschickt hat. Dafür vielen Dank. Und zwar nominiert er Uliha, der ja mit seiner wunderbaren Wortwahl, ähm, das, der Spieler, äh, Bela Rabi, der da gefault hat, wohl geisteskrank da irgendwie unterwegs oder ein geisteskrankes Einsteigen. Ähm, und Lukas ist so ein bisschen, ähm, vom Fach, das heißt, er beschäftigt sich eben viel mit Menschen, die, äh, schizophrene Erkrankungen haben und er sagt, auch wenn er damit quasi die Aktion meint, aber das beschreibt ein Krankheitsbild und trägt damit natürlich zu einer gewissen weiteren Stigmatisierung von betroffenen Personen bei. Also das ist quasi so. Kann man auch als Dreierpack sehen, ich habe es jetzt mal einzeln aufgeführt, also wir halten fest, Menschen, die im letzten Jahr auf, äh, kräftiges Einsteigen waren, machen jetzt Mimimi und, äh, DFB und Schiedsrichter müssen einsteigen und prinzipiell ist das sowieso immer total schlimm. Alles. Gut. Da sind viele Punkte, die du jetzt alle da zusammengemengt hast. Ähm, Dennis darf zuerst. Okay, also ich muss sagen, ich muss mal für kleine Pokalsieger, Ja, okay, dann räume ich kurz von hinten auf. Wortwahl geisteskrank hat sich natürlich so ein bisschen in dem allgemeinen Wortlaut bei dem einen oder anderen eingeschlichen. Dementsprechend ein Uli H. sollte natürlich das besser wissen, gerade wenn er entsprechend vor Medien oder sonst was das sagt. Ist natürlich nicht in Ordnung, aber gut, das ist auch wieder sowas. Er wird wahrscheinlich ausrasten, wenn man ihn darauf hinweist, dass er das bitte unterlassen soll, solche Worte zu verwenden, aber es gehört sich nicht und ja, ist schwierig. Das ist natürlich definitiv, kann ich das gut verstehen, gerade wenn man mit den Menschen arbeitet, die Erkrankungen dann live miterlebt, ist das bestimmt nochmal schlimmer. Im normalen Alltagsgebrauch ist leider dieser Ausdruck doch zumindest mir nicht ganz unbekannt oder ich habe ihn auch schon ab und zu mal gehört und vielleicht, ich schäme mich dann auch an der Stelle jetzt dafür, vielleicht auch mal in dem Zusammenhang verwendet. War aber, denke ich, und hoffe ich auch von Uli Haag keine böse Absicht. Mit der anderen Sache, ja gut, Niko Kovac, genau, der Basti hat es ja vorhin schon gesagt, wer sich darüber beschwert, über harte Spielart, die er eigentlich den Spielern selbst beigebracht hat und genau weiß, dass nur über ein hartes oder ein, ich nenne es jetzt mal ein bisschen zerstörerisches Spiel, diese bayerische Übermacht irgendwie im Zaum gehalten werden kann und über Einsatz und da ist es nun mal so, mancher ist dann mal ein bisschen drüber, solange es aber da keine massiven, bösen Fouls gibt, sondern eher, ja, die Spieler halt ein bisschen härter Angang sind, finde ich das völlig legitim und ein Taktikmittel. Finde ich also lächerlich, dass sich Niko Kovac dann an der Stelle darüber aufregt und das bezieht sich ja dann auch auf Kalle Rummenigge, weil diese Scheiße, wie soll der Schiedsrichter, oh, die Bayern sind heute da, na, da müssen wir natürlich jetzt jedem hier erstmal eine Karte geben für jedes kleine Foul, damit gleich unterbunden ist, was los ist. Es gibt Schiedsrichter, da hat man das Gefühl, da wird so gemacht, an der anderen Stelle allgemein ja nicht umsetzbar. Es ist ja schon wieder so eine Beeinflussung, die du da vornimmst, weil du natürlich damit implizit sagst, alles, was an Zweikämpfen gegen die Bayern ist, ist generell erstmal schärfer zu beurteilen als bei anderen. Und das ist eine Beeinflussung, die du damit irgendwie hervorrufst. und ich bin voll bei dir. Bayern, weiß ich, da gibt es, ich erinnere mich auch an die eine oder andere Szene von Ribéry, der ist auch schon oft mit offener Sohle auf Leute losgegangen. Ja, oder hat irgendwie ins Gesicht gelangt. Ein bisschen cholerisch, Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, Bergerabi hat für das Einsteigen ja zu Recht die rote Karte gesehen, das war. Das meine ich, man soll das auch gar nicht vergleichen, dass der jetzt auch gemacht, nee, nee, was ich sagen will, du sagst ja, er hat rote Karte gekriegt, aber da muss keiner danach sagen, ey, das fand ich auch ein bisschen befremd, dass er sagt, ja, der muss drei Monate gesperrt werden. Was? Ja, also Leute, es ist halt alles ein bisschen viel, also es ist, aber gut, Uli Hoeneß halt, ne? Ja, passt irgendwie so alles. Passt, aber ich finde, du hast sogar die Kalle Rummenigge, oder? Kalle Rummenigge hat gefordert, dass man das von vornherein unterbindet und Uli H. war dem Geisteskrank. Und drei Monate glaube ich, wenn ich sagen muss, ich finde, das mit dem Geisteskrank ist auch, das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das ist natürlich ein Wort, was er nicht benutzen soll. Das Problem ist, ich gebe ganz offen zu, wenn ich sauer bin, benutze ich es auch manchmal. Und das Ding ist, am Anfang, als ich hier bei euch angefangen habe, ich hatte auch oft noch das Wort behindert drin. Du Scheiße, das ist ja behindert. Ich erinnere mich. Die Sache ist die, da gab es ganz viele Leute, die ganz nett zu mir gesagt haben, Grüße an den Ned Fuller, die ganz, mir es erklärt haben und gesagt haben, ey, und dann habe ich gesagt, ich weiß es ja selber, das ist halt trotzdem so eine Sprachsozialisation in Frankfurt, die ist vielleicht noch eine andere als woanders. Das ist, wie gesagt, wenn man aber wirklich nett darauf angesprochen wird und ich habe es dann abgestellt, klar, manchmal passiert, aber ich habe es dann wirklich abgestellt, weil ich es verstanden habe, ohne, dass mich irgendjemand durchs Dorf treiben musste. Ja, genau. Verstehst du, versteht ihr, was ich meine? Das ist doch, so kann man es vielleicht machen, das heißt, ich finde gut, Felix war es glaube ich, dass er das ganz einfach, dann sagt er hier, bla bla. Und sachlich angesprochen, sachlich, genau. Und nicht so von wegen, keine Ahnung, dann machst du einen Zaun-Schnipsel aus irgendeiner Sendung, was der gesagt hat, hier das Dreckschwein und bla bla. Weil das ist immer, zu was führt das? Das führt nur dazu, dass der andere sich ein bisschen einigelt und auch irgendwie auf, auf, Attack-Modus geht und so bla 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 bla. Das ist einfach, finde ich, ich finde das wichtig, weil ich auch ganz ehrlich, ich will jetzt auch keinen hier angreifen, aber ich habe manchmal das Gefühl, Leute, die da ganz, ganz vorne dabei sind, sind auch, die machen das auch zu einem gewissen Grad an Selbstdarstellung, zu zeigen, was sie für gute Menschen sind, dass sie das toll und schlecht finden, weil, wenn sowas ist, könnte man ja theoretisch demjenigen auch privat schreiben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel will, XY soll irgendwas ändern, weil das geht mir auf den Sack, dass er das und das macht, dass er, keine Ahnung, Plastik irgendwo hingeschmissen hat oder irgendein Wort gesagt hat, keine Ahnung, egal was, da kann man sich auch an den Wänden einfach machen, kann ja schreiben, hier, Digga, finde ich scheiße, bla bla bla. Passiert manchmal nicht, klar, erreicht man nicht alle, ich reg mich auch über Uli Hoeneß auf, aber nur, weil er mit mir nicht reden will, Grüße. Das kann auch andere Gründe an der Stelle haben. Genau, und die Nominierung von Uli Haag kam übrigens von Lukas. Da machen wir mal weiter, weil wir haben hier immer noch drei Stück auf der Liste stehen, das ist doch echt faszinierend. Der nächste geht so ein bisschen, tut sich so ein bisschen als Fanboy von einem von den Dreien auf, und zwar nominiert von EFC Applewire, und zwar nominiert wird Lars Wallroth, der war in irgendeiner Sky-Sendung, ich vermute mal, dass es Sky 90 war, ich habe keine Ahnung, der sehr froh ist, dass es nach wie vor noch so Menschen gibt wie Uli Hoeneß und dass sie auch zu Wort kommen, da trägt endlich mal einer sein Herz auf der Zunge. Können wir, glaube ich, so stehen lassen, Promark, glaube ich, nicht weiter ausführen. Nächste Nominierung. Was war das Bild-Zeitung, war das? Nee, Sky 90. Nein, aber er ist von der Welt oder Bild-Zeitung? Der ist von der, Sportdirektor, Bild. Klar will er das beibehalten. Hat er was zu tun. Hat er was, was er verbreiten kann. So, und dann haben wir, das ist, ich habe eine gewisse Idee, wer dann gewinnen könnte, und zwar eine höhere Nominierung von unserem Hörer Ed Taunus-Appel, und zwar nominiert er Rainer Koch, der war ja gestern im Spiel, Sportstudio, weiß ich nicht, ist dazu nochmal gefragt worden, zu der ganzen Thematik mit den E-Mails, und für ihn ist natürlich das Schlimme, dass die veröffentlicht worden sind, weil da ist ja auch nur ganz sachlich diskutiert worden. Taunus-Appel hat es gemacht. Ich glaube, die Dame. Grüße. Ah, Entschuldigung, dann Grüße an die Dame. Sehr nette Dame übrigens. Dann habe ich nichts gesagt. Ich gehe jetzt, ich gehe mich jetzt schämen. Die Nominierung ist auf jeden Fall berechtigt. Genau, also ich verlinke auch nochmal, da gibt es so einen einen Minuten Video-Schnipsel, den schmeiße ich nochmal mit rein, da könnt ihr euch das nochmal im Wortlaut anhören. Ist halt auch, also, da hat man halt auch nicht den Groschen fallen gehört bei dem Herren, ne? Ja, anstatt der die Diskussion einfach mal weglässt. Das ist sau ätzend, wirklich. Also, es ist so richtig nervig, über was er sich hier versucht, jetzt wieder den Spieß umzudrehen. Er versucht jetzt wieder, was ist das hier, warum, wenn hier, wenn hier interne Sachen veröffentlicht. Es ist einfach nur ätzend. Also, ich glaube, die Nominierung ist mehr als gerechtfertigt und dementsprechend. Ich habe einen Favoriten, muss ich sagen, aber gut. Keine Beeinflussung hier, ne? Es reicht, wenn Kalle rumliegt. Entschuldigung, ich habe keinen Favoriten. Genau. Wir wollen euch ja nicht in irgendeine... Die Sache ist jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Das reicht mir auch langsam. Also, das reicht mir wirklich langsam. Das ist unfassbar, dass noch mal so eine Reaktion kommt, anstatt, dass die einfach mal ganz ruhig sind jetzt. Diese E-Mails kamen raus, die kamen raus. Da stehen Dinge drin. Die Echtheit dieser E-Mails wurde nie angezweifelt. Und jetzt will er sich hinstellen... Das ist ja auch kein Video. Das war alles nicht so, das war alles nicht so. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, weil ich das Gefühl habe, wir haben eine Welt quasi gerade, die hat sich in den letzten Jahren entwickelt, wo es scheißegal ist. Ob irgendwas irgendwo steht oder irgendein Video gezeigt wird oder oder oder. Es ist egal, weil du leugnest es trotzdem einfach. Oder gehst du auf die anderen los. Wenn der René jetzt mich erwischt, wie ich sein Handy klaue. Ich habe das Handy in der Tasche. Ich leugne es auch gar nicht. Ich telefoniere sogar damit. Ich habe das Handy immer noch. Und der René sagt irgendwie, ja, Digga, willst du mir das Handy nicht mal wieder geben? Dann schreie ich an, du hast das Handy aber nicht gut behandelt, René. So, wo du dann denkst, René, das ist doch scheißegal, das ist doch nicht dein Handy. Was willst du von mir? Bla, bla, bla. Und alle wissen, dass ich Renés Handy geklaut habe. Ich laufe trotzdem durch die Gegend und tue so, als wäre der René der Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass das möglich ist und dass er sagt, ja, nee, das war alles gar nicht so. Digga, das steht doch da drin. Das steht doch da. Also ich könnte, ich bewundere jeden Journalisten, der dann wirklich an dem Mikrofon steht, weil ich würde dem, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich würde entweder anfangen zu heulen oder zu lachen oder aggressiv, ich weiß gar nicht. Wenn der vor mich sich stellen würde, würde ich sagen, nee, nee, das war alles nicht so. Und ich hätte diese E-Mails im Kopf, würde ich denken, ja, weiß ich nicht. Die Aussagen, die hat er auch in diesem Interview, ich glaube, das war im HR-Fernsehen, Heimspiel, oder? Ja, ja. Dass da war, dass eben er betonte, die Vergabe des Länderspiels nach Sinsheim sei in totaler Übereinstimmung mit den Frankfurtern und der Stadt geschehen. Das wurde damals so abgestimmt, dass man für das Spiel gegen Peru nach Sinsheim geht. Es gibt eine grundsätzliche Reihenfolge, da ist jetzt Frankfurt ein Standort, der wieder dran ist für ein Länderspiel und Frankfurt wird ein schönes Länderspiel bekommen. Das ist jetzt so, was ja die Aussage jetzt auf einmal ist. ein bisschen schwierig. Aber das geht ja von E-Mails nicht hervor, aber wenn das so ist, warum schreibt er dann an Grindel? Genau. Hältst du das für eine gute Idee? Genau. Ich kann doch nicht sagen, das war von Anfang an so geplant, wenn dann brauche ich aber die E-Mails doch gar nicht schreiben, oder nicht? So ist das alles. Nee, das ist halt super schwierig. Auch ein geiler Satz, der dann kommt und da könnte ich kotzen, weil der Marvin hat es, glaube ich, auch angesprochen, wo es um die Eintragsverantwortlichen ging. Man darf nicht vergessen, es gibt Leute, die das dann glauben. Es gibt Leute, die dann glauben und dann kommt ein Satz. Ja, und mit Sinsheim haben wir den richtigen Ort gewählt, das war eine ganz, ganz hervorragende Stimmung dort. Da frage ich ihn, ich bin sprachlos, ich bin wirklich sprachlos. Diese Dreistigkeit, die das erreicht hat, das ist wirklich, ich habe das Gefühl, jeder schaut sich von dem anderen so ein bisschen ab und denkt, mal gucken, wie weit ich gehen kann hier. Und da sagt er, das Spiel in Sinsheim war ein ganz tolles Spiel mit von einer ganz tollen Atmosphäre. Da habe ich wirklich das Gefühl, vielleicht ist es auch ein bisschen paranoid, aber ich habe das Gefühl, der will mich provozieren. Da hatte ich wirklich, ich habe das Gefühl, das kann nicht wahr sein. Ich weiß ja auch noch, dass er oft hier in der Stadt ist, wo ich bin und ich auch mal dahin gehen könnte. Ich kann es nicht fassen, dass diese Dreistigkeit, aber dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, der DFB soll sich, ich habe jetzt gelernt, man darf es wieder sagen, der DFB soll sich echt ficken und soll von mir aus jedes Länder spielen, in Sinsheim austragen. Da können die mal tauschen mit Wolfsburg und nach Leverkusen gehen. Macht es doch, macht es doch, aber bitte lass mich in Ruhe und erzähl mir nichts von Hartleiner-Kurs gegen die Eintracht. Ganz ehrlich, boah, ich weiß nicht. Gut. Viele anstrengende Themen heute. Einen Nominierten haben wir noch und zwar, der geht aber auch ganz schnell, wir haben ja vorhin schon ausführlich drüber gesprochen, unser Hörer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es ist ein Hörer, weil sein Twitter-Handle ist at-IT-Rechtler, nominiert hier die Stadtverwaltung von Marseille für ihr Aufenthaltsverbot. Grüße an den Herrn IT-Rechtler, mit dem war ich in Dortmund vorm Spülern Bier trinken. Auch Grüße an Erkan, der mir die Karte besorgt hat, Grüße an die Familie Barg, beziehungsweise in diesem Fall Raphael Barg, mit dem ich auch eine lustige Zeit hatte, Grüße an alle Leute, die ich dort getroffen habe, an den, wer war denn da, Patrick war glaube ich auch noch da, der auch auf unserem Dings war, auf unserem Sommerfest, den habe ich zufällig im Blog getroffen, das war ganz lustig, weil ich habe dann keinen Empfang mehr gehabt, habe den Rest nicht mehr gefunden, bin dann einfach irgendwo rein und dann stand er plötzlich da, den ich auf dem Sommerfest von uns kennenlernte, das war dann sehr angenehm, Black Templar und ich haben das 222 bejubelt, also viele Leute getroffen, leider nicht erfolgreich. Leider nicht erfolgreich. Gut, dann würde ich sagen, können wir diese Kategorie abstimmen, wir haben glaube ich alle so ein bisschen einen Favoriten, aber entscheidend ist natürlich, was ihr abstimmt und deswegen könnt ihr nachdem ihr die Sendung zu Ende gehört habt, ganz in Ruhe auf eintracht-podcast.de gehen, auf die aktuelle Folge klicken, abstimmen, wer denn euer Dummschwätzer der Woche ist, ihr habt diesmal eine reichhaltige Auswahl und dann schauen wir mal, wer nächste Woche das Rennen macht und dann können wir jetzt mal noch über die Empfehlungen sprechen und da hat der Dennis etwas ganz, ganz Wichtiges reingeschrieben, was ganz lustig war, ich konnte nebenbei beobachten, wie er dieses Dokument, in dem wir das alles reinschreiben, erstmal total auseinandergenommen hat und dann mühevoll in klein, aber deswegen war er so ruhig, das alles wieder zurückgebaut hat und deswegen darf er jetzt vortragen, was seine Empfehlung ist. Ja, genau. Andu, 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 andu. Andu, 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 andu. Genau. Und schreit die Eintracht zum Sieg, verdammt, das muss sein, es muss sein, es muss gehen, jetzt erstmal Donnerstag gewinnen, ihr wisst, Freistoß 1-0, Sonntag ist gleiche und wir sind alle zufrieden, häufig. Genau, also, auf am Sonntag in den Stadtwald, 18 Uhr, wahrscheinlich hervorragendes Wetter. Ja. Ordentlich die Eintracht anfeuern, damit sie gegen die Dosen dann noch ein paar Punkte holen. Haben wir sonst noch was, was wir empfehlen wollen? Ich hätte nichts. Ich empfehle ein Buch. Ich habe auch nicht. Ein Buch. Oh, ein Büchlein. Tatsächlich, ja. Ich habe beim Elf Freunde Dauerkarteninhaber, also Abonnentengewinnspiel gewonnen. Grüße an die Elf Freunde, Grüße an die Elf Freunde, ich habe das Buch Betze Leaks gewonnen. Ich bin zwar noch nicht ganz durch, aber ich kann es, äh... Betze Leaks, also hier lautern? Genau, da geht es quasi um den Zweifel, äh, nicht um den Zweifel, um den, um den beispiellosen Absturz des Elfzikers, des Lautern, den man, wenn man denkt, als Eintracht-Fan eigentlich mit dem lachenden Auge verfolgt, aber eigentlich, wenn man sich die verbliebenen Vereine, wenn man sich die verbliebenen Vereine, die dafür dann da sind, ansieht, eigentlich mit einem weinenden Auge betrachtet. Der ist da minutiös und sehr, sehr nah, weil er quasi die, eigentlich war, glaube ich, die Intention des Buches, dass er sie nach dem Aufstieg, 2010 sind die, glaube ich, erst mal, sind die erst mal wieder aufgestiegen. Marco Kurz damals und Stefan Kunz. Eigentlich war, glaube ich, das die Story, dass er denkt, okay, die sind jetzt wieder da, ich begleite die jetzt mal. Hätte sich vielleicht nicht träumen lassen, was er danach alles erlebt bis zu den letzten Zeit. Das wird da alles aufgearbeitet, ich bin jetzt so in der Hälfte ungefähr, kann es aber jetzt schon empfehlen, ähnlich wie das Buch, was, glaube ich, Etienne hier schon empfohlen hatte, über den Absturz des HSV. Es sind gerade in Bücher über Abstürze, Gott sei Dank gibt es keins über die Eintracht. Ich wollte gerade sagen, das schreiben wir dann aber bitte, oder? Wenn die Eintracht abstürzt, schreibe ich gar nichts. Ja, wir engagieren einen Ghostwriter. Gut, also Basti empfiehlt. Den schreie ich dann die ganzen Tag an. Schreib das auf. Schraßdorf, habe ich gesagt. Basti empfiehlt ein Buch zu der Abstiegsthematik beim 1. FC Kaiserslautern. Klingt durchaus spannend. Ich habe leider noch und, und, und. Rölf Trilliarden andere Bücher. Und am Donnerstag kommt die neue Elf Freunde raus. Ja. Ja, ich gucke, vielleicht ist da ein Foto drin, was euch interessiert. Grüße. Aha, na gut. Okay, also kaufen. Kann man, glaube ich, auch spontan als E-Magazin kaufen. Meine ich zumindest, schon getan zu haben. Lese ich auch und eigentlich nur noch da drauf. Aber du hast das Abo, oder? Ich habe Abo, kriegt die Hefte geschickt, lad mir aber eigentlich immer das auf. Auf mein E-Phone, wa? E-Phone, wa? Lad mir das aufs iPhone, lies es da, weil da geht das. Und das finde ich eigentlich mal ein gutes Beispiel. Da könnten sich viele ein Beispiel dran nehmen. unter anderem auch Leute, die Bücher verkaufen, dass wenn man sich das Buch haptisch kauft, dass man das auch digital lesen kann. Ja, oder dass einfach es auch jedes Buch irgendwie als E-Book gibt, weil hier dieses Bezzeleaks, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es davon keine E-Book-Variante. Also das fände ich ganz geil, weil eigentlich lese ich fast wirklich nur noch auf dem Handy, fällt mir gerade auf. Außer im Urlaub. Ja, selbst da. Selbst da. Ich bin irgendwie dann zur Faulbücher mit zu schleppen. Ja, die sind auch umständlich. Da musst du das irgendwie hinlegen. Da hältst du es die ganze Zeit. Da muss das Licht richtig passen. Da muss ja auch neben dir ab und zu jemand schlafen. Dann gibst du aus Versehen den Rotwein da drüber und was einem halt irgendwie so passiert. Gut, also wir empfehlen, dass ihr am Sonntag ins Stadion kommt und am Donnerstag die Elf Freunde lest. Und wenn ihr dann Lust habt, das geht ja jetzt auch auf den Herbst zu, kann man vielleicht noch irgendwie das ein oder andere Buch gebrauchen. Dann könnt ihr euch das Buch Bezzeleaks gönnen. Empfohlen vom Herrn Basti. Hervorragend. Dann haben wir das durch und dann würde ich sagen, sind wir auch quasi schon am Ende dieser wunderbaren kleinen Sendung hier gelandet und haben noch die Möglichkeit, den Rest der Champions League zu schauen. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche. Hoffen auf einen Sieg der Eintracht am Donnerstag in Marseille und vielleicht sieht man sich auch am Sonntag im Stadion. Und ansonsten würde ich sagen, melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. bis ich das. Oder лишь 15 bis ist , Hey, hey, es kann am Anfang von Hey, 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 es kann am Anfang von Hey, 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 es kann am Anfang von